Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crossfit-Enthusiasten und herzlich willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel von Good Morning Murph, dem Crossfit-Podcast Made with Love in Austria. Und heute darf ich schon wieder eine Weightlifting-Legende bei mir im Crossfit-Podcast begrüßen. Sie ist der stärkste Fisch in den heimischen Gewichthebergewässern und außerdem hat sie in zwei Tagen ein Jubiläum, von dem sie wahrscheinlich selber gar nichts weiß. Liebe Sarah Fischer, herzlich willkommen bei Good Morning Murph. Was für eine Ehre, dich bei mir zu haben. Hallo, danke für die Einladung. Sarah, hast du zufällig eine Idee, wovon ich rede, in zwei Tagen ein Jubiläum? Nein, ich habe jetzt gerade schon nachgedacht, aber irgendwie so, oh was? Habe ich mir gedacht, kommen wir gleich dazu, finde ich super spannend. Bevor wir dazu kommen, ich hatte letztes Mal eine Monti bei mir, ihr wart gemeinsam bei der EM in Sofia, jetzt vor ein paar Wochen unter Anführungszeichen. Und auch ihn habe ich ganz zu Beginn gefragt, Schulnotensystem 1 bis 5, was ist so deine Gesamtexperience, die du dort hattest? Ich würde sagen, eine durchwachsene 3. Eine durchwachsene 3, okay, okay. Natürlich kommen wir zum Thema EM in Sofia gleich noch. Bevor wir dorthin reisen, möchte ich aber gerne auch mit dir anfangen und dass du uns ein bisschen erzählst, wie deine sportliche Vergangenheit dann ausgesehen hat. Wann hast du mit Weightlifting begonnen, warum hast du mit Weightlifting begonnen, wie bist du so unfassbar gut geworden, wie du jetzt bist? Ich kenne so ein paar Headlines, Punkto Handball und ich glaube Akrobatik war auch dabei. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt eine der besten Weightlifterinnen oder die beste Weightlifterin in Österreich bist? Also für meine Eltern war es schon immer wichtig, dass mein Bruder nicht Sport machen, dadurch haben wir angefangen, ich glaube mit 5, 6, dass wir bei der Sportakrobatik gehen, einfach für die Körperhaltung, dass wir einfach wissen, wann wir wo welche Muskeln irgendwie anspannen müssen, dass wir das einfach lernen, weil das ist ja mega wichtig, dass du weißt, spann deinen Rücken, dass du weißt, wie das überhaupt funktioniert. Sportakrobatik? Ja, genau. Ich will ganz kurz, was ist Sportakrobatik? Ah, das ist im Prinzip Turnen. Ah ja, also halt ohne Geräte, du machst das nur auf den Matten. Okay. Genau, aber das haben wir, glaube ich, beides nur knapp ein Jahr gemacht, weil wir gesagt haben, okay, das ist absolut nichts für uns beide. Mein Bruder hat dann eben noch Fußball gespielt, Fußball war auch nichts für mich, weil da sollen wir dann zu viel laufen. Dann dachte ich immer, machen wir lieber mal Handball, ein bisschen weniger laufen, ein kleineres Feld. Da war ich dann, ich glaube, ich habe fast 5, fast 6 Jahre Handball gespielt. Wann hast du da begonnen? Also von welchem Alter reden wir da? Ich glaube so mit 8, 7, 8. 7, 8, 10 Handball begonnen und davor war das mit der Akrobatik? Ah, okay. Also wirklich von sehr, sehr jung haben deine Eltern schon drauf geschaut, dass ich Sport mache. Ja, also für meine Eltern war das wirklich wichtig, dass wir Sport machen. Mein Papa hat halt auch so viel Sport gemacht, deswegen wusste er, wenn du das als Kind halt lernst, du weißt halt Disziplin, du lernst Disziplin in einer Mannschaft, wie man einfach, das ist halt mega wichtig auch fürs Leben. Genau, und dann habe ich auch irgendwann nebenbei schon mit dem Gewicht angefangen, während ich noch Handball gespielt habe, einfach dadurch mein Bruder hat Gewicht bekommen. Ja. Okay, okay, okay. Das heißt, du hast, es hat Schüler gehabt zum Gewichtheben gegeben, schon in so jungen Jahren für deinen Bruder? Ja, um 9 ist die erste. Um 9? Genau. Okay, das heißt, also du hast einen älteren Bruder, er ist zwei Jahre älter, ich glaube er heißt David? Genau, David. Genau, der David Fischer. Und der hat quasi Gewicht geobt und durchaus mitgehen müssen, weil wir dich nicht allein zu Hause lassen können. Genau. Und dann hast du gedacht, bevor das langweilig ist, in der Halle oder beim Gewichtheben? Ja, das war draußen. Also die Reißkniebeugen, die man machen musste, waren in der Halle, aber halt dann laufen und springen war es, glaube ich. Das war dann draußen. Okay, das war beim Gewichtheben dabei? Ja, ja. Das macht bei uns die U9 und die U11 und ich glaube, die U13 und U15 tun dann schon Gewichtheben, aber nicht mit Gewicht, sondern nach Technikpunkten. Das ist jetzt so früher was anderes, aber bitte frag mich nicht. Das ist schon so lange her. Wirklich? Okay, das hatte ich keine Ahnung. Das heißt, in so jungen Jahren machst du nicht nur Gewichtheben? Nein, gar nicht. Das schaust du mal, dass sich dein Körper ein bisschen ausbildet, die Technik lernst du mit der Besenstange und mit der 5 Kilo Hand. Das ist nicht wirklich Gewichtheben. Das ist einfach, dass du weißt, später, dass du schon weißt, wie das alles quasi funktioniert. Und hilf mir kurz, ich war auch mal ein neun Jahre alter Bursch und mir wäre nicht eingefallen, dass ich jetzt mit Gewichtheben anfange. Wie ist dein Bruder aufs Gewichtheben gekommen? Mein Opa war Schiedsrichter, also auch in Österreich und international bei EM und WM immer dabei. Mein Papa hat den Sport auch gemacht und dann mein Bruder und dann ich. Also bei meinem ersten Wettkampfzuschauen hat mich meine Mama im Kinderwagen geschoben, wie mein Papa gestartet ist. Also ich war wirklich schon immer dabei. Lange, lange Familientradition quasi, das Gewichtheben. Okay, und du bist dann mitgegangen und lieber langweilig, dass du dann ein bisschen mitgemacht und bist dann selber quasi reingekippt. Genau. Das war dann so mit? So ungefähr, also außer Konkurrenz habe ich glaube ich schon mitgemacht mit 7 oder so und dann mit 8, 9 habe ich dann halt offiziell beim Schüler Cup mitgemacht. Und du hast außer Konkurrenz mitgemacht, hast gewonnen und musstest aber nicht gewinnen, oder? Das hat halt nicht gezählt, für mich war es halt nur so Spaß, weil ich dachte so, okay, mach das halt mal. Okay. Und dann quasi mit 8, 9 dann wirklich begonnen? Auch regelmäßig? Na 8? Naja, regelmäßig nicht wirklich, weil ich habe dann, da war eher noch so mein Fokus auf Handball, da war ich dann 2 oder 3 Mal die Woche Handball. Und nachher war ich in der Sporthalle in Krems bei meinem Papa. Training, aber das war damals nicht wirklich Training, weil du kannst mit einem 9-Jährigen ja nicht, also einem 9-Jährigen nicht wirklich trainieren. Deswegen, das war eher so Körperausbildung, so würde ich es mal nennen. Okay, weil ich denke mir auch, also nicht, dass ich jetzt große Ahnung hätte, aber Gewichtheben hat ja doch sehr, sehr viel mit Kraft zu tun. Und das ist bei einem 9-Jährigen, einem 9-Jährigen mit Kraft und sovorgang. Also richtig Gewichtheben ist Kommen mit 11, wo man erst erst mal, also bei mir ist es relativ früh Kommen, weil ich habe auch bei meiner ersten EM mit 12. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, ja, ich habe erst mit 14 begonnen. Nein, also ich habe bei meiner ersten EM schon 12, deswegen ist das bei mir ein bisschen anders als bei anderen. Gab es damals viele Mädels, die das mit dir gemacht haben, also die in deinem Alter so jung Gewichtheben begonnen haben? Nein, also so jung, wie ich war, ich glaube, es gab vielleicht eine oder zwei, aber so generell nicht wirklich, nein. Weil ich denke mal, jetzt ist es mittlerweile, ist ja Gewichtheben, also wir haben so viele gute Weightlifterinnen in Österreich, aber ich stelle mir vor, vor 14 Jahren, ja, wenn du wieder neun warst oder auch vor acht Jahren, wie du wieder ein paar Jahre älter warst, war das noch nicht so der große Sport für Frauen in Österreich, für junge Mädchen in Österreich. Ja, gar nicht. Auch für kleine Jungs war es jetzt nicht so. Es war halt voll so der Underground-Sport, sage ich mal, dass da jetzt nicht so viele wirklich, okay, ja, ich gehe jetzt Gewichtheben. Das ist nicht so wie, ja, ich gehe Fußball spielen und ja, ich gehe Handball spielen. Nein, es war jetzt so, okay, ja, du bist Gewichtheben, okay, crazy, warum machst du das? Gott sei Dank ist es heute gar nicht mehr weird. Wann hat es dann bei dir begonnen, dass du wirklich gesagt hast, okay, du gehst regelmäßig Turnieren, du gehst regelmäßig Weightliften, das war wirklich der Sport, der dich begleitet hat. Von welchem Alter reden wir da ungefähr? Ich glaube, da war ich so elf, zwölf, da war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht mehr Handball spielen, weil ich will nicht, dass meine Leistung davon abhängt, weil es halt ein Mannschaftssport war. Und wenn ich zum Beispiel super gut bin und die anderen schlecht, will ich nicht deswegen verlieren, obwohl meine Leistung gut war. Das war dann so der Punkt, okay, ich will für meine Leistung selber verantwortlich sein. Wenn ich gut bin, habe ich verdient zu gewinnen und wenn ich schlecht bin, ist es auch okay, mal nicht zu gewinnen oder mal keine Medaille zu holen. Deswegen, da war es dann so, okay, ich will das nicht mehr machen, ich konzentriere mich jetzt aufs Gewichtheben. Okay. Du hast gerade gesagt, du warst mit zwölf das erste Mal bei einer EEM. Genau. Also wie ist das mit zwölf, habe ich, weiß ich nicht, bin ich mit der Trompete um den Grießbaum gelaufen? Das habe ich wahrscheinlich auch noch gemacht. Wie ist das mit zwölf, bei einer EEM zu sein? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Also es war eine U15-EM, die war in Litauen, genau in Litauen war die und ich war zwölf, 2013 war das. Und da gab es nämlich die Regeln noch mit dem Körpergewicht und dort war es dann so, dass ich wegen fünf Decker, glaube ich, meine Medaille verloren habe. Also verloren ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber halt wäre ich ein bisschen leichter gewesen, hätte ich dort eine Medaille gemacht. Okay, also du warst bei einer EEM in Litauen und erklär kurz für alle, die sich nicht so auskennen, was diese Körpergewichtregel ist, von der du gerade gesprochen hast. Ja, damals war es die Gewichtsklasse bis 58 und heute ist es halt so, wenn du runter bist, passest du. Heute ist es so, wenn du das erste Mal auf ein Gewicht gehst draußen, auf zum Beispiel 60 Kilo und du reißt dieses Erste, bist du automatisch Erster, egal ob du jetzt 58.0 hast oder 56 Kilo. Und damals war es so, wenn du leichter warst, zum Beispiel ich hatte 57.95 und die dritte hatte 57.90 und wir haben das gleiche gerissen und sie war halt leichter, deswegen hat sie die Medaille bekommen. Okay, das heißt die mit dem geringeren Körpergewicht, aber bei gleichem gerissenen Gewicht hat damals noch die leichtere quasi gewonnen. Du hattest fünf Decker mehr gewogen als die damals drittplatziert und hast deswegen quasi die Medaille verloren. War das damals ein Riesentrauma für dich? Ich habe, glaube ich, drei Tage durchgeweint. Vor allem bei dem Wettkampf war meine Mama dabei, mein Bruder, mein Papa, meine Oma, mein Opa, weil mein Opa war Schiedsrichter bei dem Wettkampf. Und meine Oma hat mich nachher getröstet, dass es eh nicht so schlimm ist, ich bin ja noch so jung. Und ich so, ja klar, ich war so jung, aber trotzdem, wenn man so knapp vor der Medaille steht und dann ist es einfach weg. Das war für mich auch eigentlich, glaube ich, ein ausschlaggebender Punkt in meiner Karriere, dass ich gesagt habe, okay. Weil davor war es noch so Spaß, ja, ich gehe ein bisschen trainieren. Da war es dann so, okay, jetzt mache ich es gescheit, weil ich will, dass sowas, was jetzt gerade passiert ist, nie wieder passiert. Und springen wir ein paar Jahre in die Zukunft. Ich glaube, du hast dieses Vorhaben sehr, sehr gut umgesetzt. Ich habe mir ein paar Zahlen notiert, die ich auf deiner Website gefunden habe. Du hast seit damals 326 österreichische Rekorde aufgestellt, 40 Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften und 28 Staatsmeistertitel. Das sind Zahlen, die man sich als Hobbysportler überhaupt nicht vorstellen kann. Jetzt von all diesen großen Zahlen, gibt es irgendeine der Medaillen oder der Rekorde, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, warum? Also von den Medaillen her wahrscheinlich, also für mich, das Erste, was mir so einfallen würde, wäre mein U17-Weltmeistertitel. Mein Papa würde wahrscheinlich sagen, meine erste Medaille in der allgemeinen Klasse. Okay. Aber ich bin ehrlich, das ist für mich auch wichtig, allgemeine keine Frage, aber für mich doch wirklich die U17-WM-Goldmedaille. Die war schon. Du warst U17-Weltmeisterin. Wo war das? Wie war das? Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, man ist in seiner Altersklasse der beste Athlet, den es auf diesem Planeten gibt? Also es war in Thailand, in Bangkok. Und das war lustig, weil das war halt nur meine Mama und mein Papa und ich, das war so das Team. Und das war damals noch so, dass ich mir so dachte, wir sind immer alleine, immer nur wir drei. Und dann gab es so Nationen, wo 25 Leute sind und ich bin dort einfach bei meinen Eltern. Und dann gab es so Nationen, die hatten so ein ganzes Team mit, haben keine Medaille gemacht. Und ich war da bei meinen Eltern, da einfach gewonnen. Da war es dann schon so, okay, cool. Aber ja, da gibt es auch eine funny Story dazu. Ein paar Tage vorher, es hat ein Freund von mir einen Wettkampf gehabt, der hat auch im Reißen die Goldmedaille geschafft. Und im Stoßen hat er ein Loch gemacht, also drei ungültige. Und mein Bruder schreibt mir am Vortag von meinem Wettkampf noch, ha, 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 hoffentlich passiert dir das nicht. Sehr nett, David. Motivation aus der Familie, okay. Und dann war es halt so, dass ich im Reißen irgendwie dann die Goldmedaille gehabt habe. Und dann war ich schon beim Aufhören beim Stoßen und dachte nur so, scheiße, was ist, wenn ich jetzt ein Loch mache? Und Fun fact, der erste Versuch im Stoßen war dann wirklich ungültig. Ja, das war dann so, okay, ich mache jetzt ein Loch. Ich bin nämlich von der Bühne runtergegangen nach einem ungültigen Versuch und ich sage zum Papa, ich kann kein mehr, ich mache ein Loch. Und er so, ich kann jetzt nicht die ganz gleichen Wörter sagen, die, was er damals gesagt hat. Aber, genau, ich habe dann eh noch zwei gültige geschafft, aber das war so, okay, bitte nicht. Ja, David, sowas kann einem im Kopf bleiben, wenn man auf die Bühne geht, glaube ich. Auch wenn ich in der Situation noch nie war, aber ich denke schon, das sage ich auch immer, dass der große Unterschied zwischen Crossfit und Weightless ist noch einer der großen Unterschiede. Beim Crossfit bist du nie oder sehr, 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 sehr selten der zentrale Fokuspunkt. Bei einer Competition oder auch im Training, sondern da passiert so viel links und rechts. Es sind x Athleten gleichzeitig am Werken, alle schreien dich von allen Seiten an, es ist laut. Und beim Weightlifting ist es ja schon ganz, ganz anders, oder? Ich meine, da stehst du alleine auf dieser Bühne. Und es ist wirklich mucksmäuschenstill, du hörst einen Nadelfall hören. Manchmal ist es sogar, es gibt für mich ein Zuleise. Okay. Es gibt wirklich Zuleise. Wenn du auf der Bühne stehst und du wirklich alles hörst, das dann so, okay, dann höre ich meine eigenen Gedanken, dann fange ich an zum Denken und dann wird es meistens nichts. Ich habe mir das als Frage für später noch mitgenommen, wie wenn ich über die EM sprechen möchte, ist dann mir etwas aufgefallen. Deswegen greife ich dir jetzt noch nicht vor, wir kommen da später gleich nochmal dazu. Ich habe mir noch drei andere Zahlen aufgeschrieben, nämlich 106, 136 und 241. Du erkennst diese Zahlen. Ja. Das sind deine persönlichen Bestleistungen beim Reißen, beim Stoßen und im Zweikampf. Und dann habe ich mir noch etwas aufgeschrieben, nämlich die U23 EM in Bukarest, wo du dreimal Gold mit jeweils, ich glaube, 20 Kilo Vorsprung gewonnen hast. Also das habe ich gesehen und das ist mir aufgefallen, weil es einfach so unfassbar eindeutig war. Warum warst du zu dem Zeitpunkt so weit vorne vor deiner Konkurrenz? Was war da anders als bei der U17 oder so? Also es war jetzt nicht so, also klar ist, wenn man sich so anschließt, ist es schon extrem arg. Aber das liegt einfach dadurch, dass ich in der allgemeinen Klasse doch eher einer der Jüngeren bin. Und dann da ist es dann dieser richtige, man merkt diesen Cut einfach von U17 auf U20 und auf U23 extrem bei manchen Nationen. Okay. Und bei uns, bei mir ist es halt wirklich so, ich bin schon zum Beispiel, ich bin U17 und U20 schon gerade, da war ich noch U15. Und das machen die meisten halt nicht. Und U23 ist noch dazu eine geschlossene Klasse. Das heißt, wenn du zum Beispiel 17 bist, kannst du U20 starten. Du kannst aber, wenn du 20 bist, nicht U23 starten. U23 kannst du wirklich nur starten, wenn du zwischen 20 und 23. Ah. Deswegen kommt, ist da, passiert da in den meisten Gewichtskassen, ist glaube ich nicht nur bei mir, ist bei jeder, in jeder Gewichtskasse, so ein Loch. Weil du einfach nicht drüber starten kannst für dein Alter. Das heißt, ich dürfte zwar mit 12 in der U15 starten. Genau. Aber ich darf nicht mit 12 in der U23 starten. In der U23 darf du generell nur starten, wenn du aus der U20 fertig bist mit der U23. Okay. Gibt es diese Regel auch für die allgemeine Klasse? Also könnte ich mit 19 in der allgemeinen Klasse starten? Ja, ja, sicher. Okay. Ich glaube, du kannst allgemeine starten ab 14, aber da bin ich mir jetzt nicht komplett sicher. Gut, wird nichts aus passieren. Also ich weiß, dass du in Österreich, bei der Staatsmeisterschaft darfst du erst, also weil du 14 bist. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Spannend, das wusste ich gar nicht. Aber ich weiß so viel im Weightlift nicht. Also gleich von Anfang an, wenn jemand heute zum ersten Mal dabei ist für diesen Podcast, ich bin absoluter Weightlifting-Liehe, sollte ich irgendwelche Fragen stellen oder Aussagen machen, die keinen Sinn ergeben. I'm sorry. Aber Gott sei Dank habe ich jemanden da, der mich heute ganz gut korrigieren kann. Springen wir gleich direkt zu meinem absoluten Lieblings-Fokus-Thema heute. Es war gerade die EM in Sofia. Ja. Du hast beim Eingang gesagt, es war ein durchwachsener Dreier als von der Schulnote her. Warum das? Also ich würde mal anfangen davon, dass das Essen jetzt nicht so gut war. Das Essen war nicht gut. Ja, ich fand, also es war okay, aber zum Beispiel vergleichbar mit Armenien oder Georgien, wie sie in Badoumi war, eins zu einer Million. Also ich kann es gar nicht vergleichen. Oder auch der Transfer vom Wettkampf zum Hotel und vom Hotel dann zum Wettkampf, das ist schon so, es gab halt nur gewisse Zeiten, wo der Bus fährt und in anderen Ländern war es halt wirklich so, dass der stündlich gefahren war und der war auch zu der Uhrzeit da, wo es gestanden ist und nicht so, ja, Pi mal Daumen, wir kommen ungefähr. Wir kommen schon. Aber das ist halt, sorry, aber das ist halt Bulgarien. Okay. Ich will niemanden judgen, aber ich bin oft genug dort, dass ich das, glaube ich, sagen darf. Das heißt, von der Organisationsseite der EM war es in Jerewan und Ibatumi viel, viel besser als jetzt in Sofia. Ja. Ich habe das mit Monty auch gesprochen, wie er da war. Es ist ja sowohl Bulgarien als auch Armenien sind ja Weightlifting-Großmachten, möchte ich jetzt mal sagen. Wie war es für dich jetzt die Experience in der Halle, also das Event selber? Mit den Athleten in der Trainingshalle? War das würdig für Bulgarien, für die Großmacht? Also, wenn man so, wie du sagst, zu Großmacht und so sagt, finde ich, dass es ein bisschen zu wenig war. Vor allem finde ich, im Vergleich bei jetzt zu Armenien und Georgien, wie die EM dort war, die Trainingshalle, dort gab es viel mehr Plattformen. Es waren meiner Meinung nach für eine allgemeine EM zu wenig Plattformen. Ich meine, klar, es war ausreichend, es gab Trainingszeiten, dies, das, aber es wäre viel mehr möglich gewesen. Ja. Und der Wettkampf war, fand ich, okay. Ich meine, Armenien und Georgien, die machen, seit Georgien war, machen es alle so, wie es in Georgien war. Mit dem Bühnenbild, mit hinten, beim Aufwärmen, diese Kapseln, also das ist jetzt das anscheinend das neue Votu. Der neue Standard, okay. Fand ich okay, also kann man machen. Ja. Aber ich bin dafür, dass sich irgendjemand, wenn man das neue überlegt. Okay. Das haben wir schon oft genug gesehen. Das haben wir schon oft genug gesehen. Please do something new. Jetzt war die EM vom, ich glaube, 12. bis zum 20. Februar. Und du warst ja relativ spät dran, nachdem du in der höchsten, also in der Klasse über 87 Kilo bist du gestartet. Das ist ja die, terminlich gesehen, letzte Klasse beim Weightlifting. Und ich glaube, du bist auch relativ spät angereist. Kurz, gib uns einen Zeitraum. Einen Zeitraum, wie viel, also wann warst du dran und wann bist du angereist? Also ich bin am Samstag am Abend, also ich glaube, das war der 16. oder 17. bin ich angereist. Samstag am Abend, okay. Genau, und am Dienstag bin ich gestartet. Am Dienstag bist du gestartet. Hat das einen Grund, dass du so spät, ist das überhaupt spät oder bist du? Für mich ist es schon spät, normalerweise bin ich fast eine Woche, wenn nicht sogar länger dort. Aber dadurch, dass Bulgarien quasi ein Katzensprung ist, du fliegst eine Stunde, was gefühlt nichts ist. Und ich habe halt noch in Österreich Therapien gehabt für meinen Rücken. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich konnte halt dort nichts machen. Hätte ich die Therapie dort machen können, wäre ich früher angereist und hätte sie natürlich dort gemacht. Einfach für das Teamgefühl, einfach für die Wettkampfstimmung, dass es ein bisschen aufkommt in einem Adrenalin. Einfach, dass es ja alles was Positives für vor dem Wettkampf. Und das habe ich halt dort nicht machen können. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen. Ich hatte sogar schon einen Flug gebucht am 11., den habe ich dann sporniert und habe dann gesagt, okay, ich fliege erst am 16. Ja. Du hast es gerade selber angesprochen. Rückenprobleme. Was ist los mit deinem Rücken? Wie ging es deinem Rücken bei der EM? Wie fit warst du denn überhaupt, wie du dort angekommen bist? Also verletzt habe ich mich, ich glaube Mitte Jänner. Oder ich habe mich verletzt, bevor ich auf Trainingslager nach Armenien geflogen bin. Ich habe es dann einigermaßen wieder hinbekommen. Es ist jetzt nichts Gravierendes. Es sind einfach so tiefen Verspannungen, die was man mit normaler Massage nicht mehr rausbekommt. Deswegen mache ich Stoßwelle und das ganze Drama da. Mittlerweile ist es okay. Ich kann es handeln. Aber damals war es wirklich so, ich konnte nicht ausstoßen. Ich habe vor dem Wettkampf nicht mehr wie 120 Kilo ausgestoßen. Was im Vergleich zu dem, was die Medaille gewesen wäre, 132. Also du hast halt kein Selbstvertrauen, wenn du keine hohen Gewichte hast. Du hast halt keine Sicherheit. Und wenn du keine Sicherheit hast und beim Wettkreben schon nachdenkst, hey, wie soll ich das überhaupt machen? Wie soll ich drunter gehen? Wie soll ich anwirken? Wie soll ich ausstoßen? Das ist halt extrem schwierig. Von der Kraft her wäre es fix möglich gewesen, ohne Nachdenken. Aber ich war halt mental überhaupt nicht bereit für hohe Gewichte. Okay, also es sind muskuläre Verspannungen, hätte ich jetzt verstanden. Also nichts mit Bandscheibe oder irgendwas? Nein, nein, Gott sei Dank nicht. Nein, das ist halt wirklich was, was man easy handeln kann. Okay, Gott sei Dank. Und jetzt, falls du das einschätzen kannst, wenn du sagst, 100% sind deine persönlichen Bestleistungen, wie fit hast du dich gefühlt an dem Tag, wo du in der EM dran warst? Also ich würde sagen, bevor ich gesehen habe, was die anderen angegeben haben, war ich so bei, würde ich sagen, 60, 65%. Okay. Und wie ich dann gesehen habe, okay, es könnte sich, auch wenn ich so richtig scheiße benannt bin, eine Medaille ausgehen, war es dann schon, dass ich mich relativ sicher gefühlt habe und relativ gut, also würde ich sagen, so bei 75, sowas. Und wie ich halt gesehen habe, dass ich im Stoßen wirklich leider in dem, wo ich die wenigste Vorbereitung hatte, eine Medaille ausgehen könnte, war dann, hatte ich kurzzeitig extremes Hoch von Adrenalin und dann war ich so, mit einer normalen Trainingsleistung, hätte ich eine normale Vorbereitung gehabt, wäre es so leicht gegangen. Nein, da hatte ich dann, also das war wirklich noch, bevor ich überhaupt draußen war, das war beim Aufwärmen, so ein Hoch und ein Tief und dann war ich so, vor allem ich habe meinen Papa angeschaut und der hat sich einfach genau das Gleiche gedacht, wie ich so, in deiner normalen Vorbereitung hätten wir einfach so leicht eine Medaille gehabt. Und das hat uns beide schon extrem runtergezogen, aber es war halt alles noch vor, das muss man sich vorstellen, das war vor dem Wettkampf. Und wir haben das alles durchlebt und dann waren wir so, okay, wir können sich beändern, wir müssen jetzt das Beste rausholen. Ich bin dann eh auf die 132 gegangen, aber ich meine, ich weiß nicht, ob du den Livestream gesehen hast, aber beim Aufwärmen, ich habe 95 Kilo umgesetzt und dachte mir nur so, ich weiß nicht mehr, wie ich 96 Kilo umsetzen soll. Aber ja. Du hast es gerade angesprochen, deine Leistung vor Ort, weißt du noch all deine Gewichte, die du angegangen bist? Beim Aufwärmen? Nein, nein, auf der Bühne noch. Im Reißen bin ich gange, ich weiß nicht, wie was ich angefangen habe, was habe ich angefangen? 97. 97, dann bin ich 102 gange. 101. Und dann 105. Genau. Und die habe ich nicht gekonnt. Genau, 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 genau. 97 gerissen, 101 gerissen, 105 gefällt. Gefällt. Entschuldigung. Nein, ich liebe das Wort, ich finde das richtig geil. Wie würdest du es sagen? Ungültig. 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 Da kommt ein Crossfit mit durch. Ich finde das ganz toll. Und dann beim Stoßen 125 geschafft, 130 geschafft, 132. Ungültig. Ich habe den Livestream gesehen und ich finde, ich wusste ja, dass es deinem Rücken nicht gut geht, weil wir hatten ein paar Tage vorher geschrieben. Und du hast, ich habe mich gefragt, ob du nicht nach der EM zu mir kommen willst, weil super cooles Thema, über das wir sprechen können. Und du hast gemeint, ja, können wir machen, aber ich weiß gar nicht, ob ich fliege. Und ich habe mir gedacht, wow, warum? Weil du mir zählst, dass du Rückenprobleme hast. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf habe ich dich gesehen im Livestream. Und ich finde, deine Reißversuche hat man nicht gemerkt, dass irgendwas mit deinem Rücken wäre. Zumindest nicht an deiner Mimik und Gestik. Also ich hätte es nicht gesehen, dass du Schmerzen gehabt hättest. Ja, beim Reißen, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch keine Schmerzen. Reißen ging auch im Training relativ schmerzfrei. Deswegen war ich da einfach viel sicherer. Und beim Stoßen hat es bei der leeren Handel schon angefangen, dass ich mir dachte, oh mein Gott, wie soll das was werden? Dann war auch kurzzeitig hinten der Gedanke, dass ich nicht rausgehe. Dann habe ich aber, also wir haben ja 126 angeben gehabt und dann haben wir auf das Mindeste, was ging halt reduziert, das waren die 25. Einfach, dass es so wenig ist wie möglich. Warum ist das das Minimum? Also wie, was ist die Regeln dahinter? Weil wir geben ja ein paar Monate vorher, gibst du eine Zweikampfleistung an. Und davon musst du 20 Kilo weniger anfangen. Aha. Damit du halt, damit die Gruppen einteilen können. Du kannst jetzt nicht 350 angeben und dann fangst du mit 50 Kilo im Reißen an. Okay, verstehe. Ich meine auch, du stoß 300 an, Mensch. Bandschaus. Ah, verstehe, okay. Also wie gesagt, das Reißen hat, finde ich, hat gut ausgegeben. Und du sagst auch gerade, beim Reißen hatte es ja nicht so Probleme. Dein erster Stoßversuch, wo finde ich auch, also hat absolut solide ausgesehen, soweit ich das sagen kann und man hat auch keine Schmerzen gesehen. Aber, wenn beim zweiten, wie du von der Bühne runtergegangen bist, hast du dir das erste Mal zu den Rücken gegriffen, mit deiner rechten Hand, glaube ich. Hat da der Schmerz angefangen oder hat es da richtig wehgetan? Also angefangen hat er schon hinten, aber es war eher so, dass ich gesagt habe, ich will es halt durchziehen. Du bist halt irgendwo Athlet und du willst ja, das ist deine Europameisterschaft, das ist kein Kindergeburtstag. Du willst dich ja präsentieren, vor allem mich kennt man, ich habe schon einen Namen und deswegen, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber man will sich ja nicht blamieren. Das glaube ich, ja. Deswegen, ich wollte einfach, ich meine, ich wollte jetzt nicht, dass ich auf der Bühne krepiere und mir einen Stich gibt oder so, aber ich wollte halt schon ans Maximum gehen. Also war denn vorher trotzdem dein Plan oder dein Ziel dort eine neue persönliche Bestleistung? Nein, nein, nein. Du hast einen Versuch gemacht und hast dann beim Jerk nachgedrückt und hast das anscheinend schon selbst in der Bewegung gemerkt und wie die Handstange noch am Weg nach oben war, hast du schon begonnen, deinen Kopf zu schütteln und hast gesagt, nö, der ist ungültig. Ja, ich muss, also ich mache den Sport nicht seit gestern. Und ich spüre, wenn was so ist, dass man das, vor allem, ich bin jetzt mittlerweile selber Schiedsrichter auch noch und ich würde ihn auch nicht gültig geben, und deswegen war ich gleich so, okay, mein Papa wollte doch die Challenge Card und ich so, bitte, steck sie wieder ein, spart ihr das, das ist wirklich unnötig. Es ist witzig nämlich, die Kommentatoren haben das auch gesagt, wie du wieder runtergegangen bist und sie gesagt hat, dann hat sie sich selber ungültig gegeben. Oh, Mad Jerks. She shook her head, it's not a great way to sell it. She knows it. Und dann haben sie gesagt, dein Papa hält die Challenge Card in der Hand. Yeah, her dad is holding the Challenge Card, but I don't think she even waved it off. Ah, was ist eine Challenge Card? Also wenn zum Beispiel der Versuch, ich weiß gar nicht, war er ganz ungültig oder 2 zu 1? Kann ich dir das auch nicht sagen. Ist egal. Jedenfalls, wenn der Versuch zum Beispiel 2 zu 1 oder ich glaube auch, wenn er bettunggültig ist, kannst du die Challenge Card als Trainer nehmen und dann schaut sich die Jury den Versuch nochmal an und könnte dann den Versuch overrulen zu gültig. Passiert sehr selten, vor allem wenn er dreimal ungültig ist, dann ist das sehr unwahrscheinlich dann einfach. Klar, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel nein. Und ich habe es, wenn du es als Athlet schon spürst. Und selber auch zeigst auf der Bühne. Ich bin leider nicht so ein Mensch, der sagt, also erstens, ich kann mich auf der Bühne nicht freuen, auch wenn ich gerade, keine Ahnung, einen Weltrekord machen würde. Ich kann mich nicht freuen auf der Bühne, auch über keine Medaillen. Und dann gibt es auch natürlich Athleten, die wissen, sie haben nachgedruckt und freuen sich dann so, weil sie, keine Ahnung, psychologisch denken, dass man so den Schiedsrichter davon überzeugt kann. Und dann denke ich mir nur so, nein, ich weiß, dass er ungültig war. Und ganz ehrlich, für was soll ich da jetzt irgendwas faken? Ich weiß, er war ungültig. Jeder, der in der Halle gesessen ist, hat gesehen, dass er ungültig war. Meine Mama hat nachher gesagt, er war ungültig. Also deswegen habe ich so gesagt, nein, ich so, Papa, bitte, nimm die Challenge-Card nicht, das ist einfach nur unnötig. Wie oft kann ich diese Challenge-Card spielen oder anwenden? Ich habe absolut keine Ahnung. Okay, offensichtlich ein nicht so wichtiges Thema beim Weightlifting. Also du sagst, ab und zu passiert es, also selten passiert es, dass für eine Challenge-Card erfolgreich ist, aber in der Regel, wenn eine Versuchung ungültig ist, wird auch bei einer Challenge nicht umgedreht. Ja, meistens nicht, ja. Okay. Ja, und das war bei der EM in Sofia eine Gesamtleistung im Zweikampf von 231 Kilo. Fun Fact, du hattest gestern einen Wettkampf. Ja. Bundesliga gegen Karlskap Rundmann? Nein, Bundesliga gegen Lochen-Granzhofen, gegen diese Wettkampf. Ah, gegen Granzhofen. Genau. Was war da deine Gesamtleistung im Zweikampf? 236. Gestern habe ich 132 gestoßen, mit dem hätte ich eine EM-Medaille gemacht. Ärgert dich das sehr? Also in dem Moment habe ich es gar nicht realisiert, aber desto länger ich darüber nachgedacht habe, da war ich so, mit dem hätte ich eine Medaille gemacht. Da war es dann schon so, das hat schon ein bisschen wehgetan, vor allem weil sie so leicht waren. Aber ja, that's life. That's life. Apropos nachdrücken. Die Paula war ja auch mit dir in Sofia bei der EM und auch bei der Paula gab es die ein oder andere Situation. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber wo sie nachgedrückt hat, deswegen wurde der Versuch ungültig gegeben. Meiner leidenhaften Ansicht war dieses Judging sehr, 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 sehr streng. Und ich habe im Nachhinein auf Instagram so eine schnelle Prol gemacht und habe gefragt, hey, das Nachdrücken, ist das wirklich sinnvoll, sollte das noch da sein? Und auch der Monty hat das, wie er letztes Mal hier war, hat er bestärkt, dass er diese Nachdrückenregel eigentlich nicht so sinnvoll findet. Und dann habe ich auf Instagram ein Prol gemacht und ich glaube, 98% haben gemeint, diese Nachdrückenregel ist sinnlos und braucht mehr nichts. Und ich habe gesehen, zwei haben gesagt, naja, die macht schon Sinn. Und dann haben wir gedacht, okay, da sind halt zwei Schwindelche dabei und plötzlich schaue ich. Bist du eine dieser beiden Personen, die sagt, dass die Nachdrückenregel nicht eliminiert werden soll? Was ist deine Ansicht zu diesem Nachdrückenthema? Also man kann meiner Meinung nach die Nachdrückregel nicht ganz abschaffen. Also einfach dadurch, dann kann man sich den Stoß noch komplett sparen und sagen, okay, nach dem Umsetzen ist der Versuch gültig. Okay. Also ich finde schon, dass es in manchen Situationen, so zum Beispiel, wenn die Handel reinkommt und man sieht, okay, wer drückt jetzt in Zeitlupe dagegen? Da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber wenn es so ein bisschen schnagelt, vor allem bei Gewichten wie, keine Ahnung, beim Carlos 230 oder 225 und der Typ hat 70 Kilo oder 80, dann braucht man nicht drüber reden, dass das auch schwer ist und dass sich das Gewicht bewegt und dass die Handel, deine Hände sind ja nicht aus Eisen. Es ist logisch, dass sich die bewegen, dass das ein bisschen das nachgibt. Also da sollte man dann schon eine klare Linie erfahren, dass man sagen kann, hey, das ist nur ein bisschen was, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber wenn das wirklich reinkommt, wie bei manchen Leuten beim Reißen zum Beispiel, da kommt es rein und die drücken es wieder raus. Oder auch beim Ausstoßen. Da ist die Regel schon sinnvoll. Aber komplett abschaffen finde ich nicht sinnvoll, weil da können wir sich das Stoß noch komplett sparen. Okay, also ich glaube, im Großen und Ganzen sind sich doch alle derselben Meinungen. Natürlich, wenn es jetzt gefährlich wird oder zu extrem wird, da gehört das Nachdrücken nach wie vor gewertet. Aber auch, wie du sagst, bei schweren Gewichten ist es fast wahrscheinlich etwas menschlich Normales, dass auch ein Zittern einfach beginnt. Ja, richtig. Und manchmal wird es wirklich sogar ein Zittern, wird das ungewöhnlich gerechnet. Und dann bei anderen, wo du klar siehst, hey, das ist gerade extrem nachgedrückt, geben sie es gültig. Das heißt, entweder, also es gibt halt keine klare Linie irgendwo und bei manchen Gruppen sind sie so streng und eine andere Schiedsrichtergruppe ist dann irgendwo doch so, ja, passt schon. Deswegen, es gibt halt auch mehrere Gruppen bei Schiedsrichtern und Jury, deswegen sind halt manche voll streng, manches geht so. Deswegen ist es einfach schwierig, da jetzt im Großen und Ganzen zu sagen, hey, das gehört abschafft und das nicht, weil es wertet jeder anders. Ja, verstehe. Jetzt hast du gesagt, du bist relativ spät angereist. Konntest du selber trotzdem auch andere Österreicher oder grundsätzlich andere Gewichtsklassen vor Ort zuschauen? Würdest du sowas grundsätzlich machen, wenn du Zeit hättest? Also die Paula und die Alina habe ich leider nicht gesehen, aber den Monty und den Elias habe ich gesehen. Das war relativ cool. Den Hamo habe ich auch nicht gesehen, das ist ja auch nicht rausgegangen. Nein, aber den SAGIS habe ich auch wieder gesehen und ja. Also grundsätzlich schaue ich es gut gerne. Ich schaue halt eher so Gruppen, wo ich wen kenne und wo ich wirklich mit wem befreundet bin, weil ich einen Bezug dazu habe. Ich würde mir jetzt auch keine Gruppe anschauen, wo ich keinen kenne, sage ich ganz ehrlich. Okay, das verstehe ich aber auch. Aber das heißt, wenn andere Österreicher oder auch andere Athleten gerade, die du kennst oder die du spannend findest, schaust du diese Schauen an. Es waren ja gar nicht so wenige Österreicher, finde ich zumindest, bei der EM vor Ort. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze sieben. Sieben. Das heißt, ein relativ größer, also ein finde ich relativ großes. Für Österreich ein Riesenteam. Für österreichisches Team, das auch mit diversen österreichischen Betreuern natürlich vor Ort war. Und jetzt habe ich eine Frage. What on the street is, das ist da zu Beginn der EM, wo du noch nicht dort warst, so einen kleinen Eklat im österreichischen Betreuerteam gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas dazu weißt. Aber ich habe mir gedacht, ich frage dich trotzdem, ob du da was gehört hast. Ich habe da was gehört. Und ich war noch nicht dort, das stimmt. Und es war halt so, es ist ein bisschen aus den Fugen geraten, würde ich sagen. Meiner Meinung nach hätte man das auch ganz normal erklären können. Ist an dem Tag nicht passiert. Keine Ahnung, ob es die Emotionen waren oder was es war. Aber ich kann sagen, dass ich einem Teil der Diskussion recht gebe. Dem anderen gebe ich nicht recht. Okay. Deswegen, mehr will ich dazu auch eigentlich nicht sagen, weil ich will jetzt, ich finde, das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Deswegen, ja. Alles klar. Passt. Wir haben es vorher schon erwähnt. Du warst letztes Jahr bei der EM in Yerevan, heuer bei der EM in Sofia. Du bist beide Male Fünfte geworden im Zweikampf. Hast allerdings in Yerevan, hast du es geschafft, einen dritten Platz beim Clean & Joke zu erreichen. Gesamtleistung war in Yerevan auch um, also dein Zweikampfergebnis war um sieben Kilo besser. Jetzt muss man natürlich sagen, du warst in Sofia einfach nicht hundertprozentig fit. Nächstes Jahr ist die EM in Moldawien. Da bist du wieder dabei? Natürlich. Natürlich. Also es sollte nicht irgendwas passieren, aber grundsätzlich ja. Und jetzt zwischen EM in Sofia und EM in Yerevan nochmal verglichen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das hat sich deutlich unterschieden, das war deutlich anders? Oder waren diese Events vergleichbar? Ja, es war schon vergleichbar. Also es war auch voll okay. Deswegen, es war jetzt nicht super schlecht oder so. Nein, es war echt okay. Aber für mich persönlich, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in Yerevan eine Medaille gemacht habe. Und deswegen denke ich darauf einfach viel positiver zurück. Verstehe. Jetzt lasse ich mich kurz rechnen. Du bist am 9. November 2000 geboren. Ja. Das heißt, du fällst natürlich nicht mehr in die U23. Das heißt, du kannst auch nicht mehr in die U23 antreten. Okay, das war jetzt ein ziemlicher Brainfart. Das wäre ich wahrscheinlich rausgekommen. Gibt es von der anderen Seite noch etwas zur EM in Sofia, wonach ich gar nichts fragen kann, weil ich nicht weiß, irgendwas du noch erzählen möchtest, irgendwas Großartiges passiert ist. Ich habe gehört, das war eine coole Zeit auch mit allen anderen Athleten. Ja, die Paula ist extra wiederkommen für mich. Sie ist ja, die ist nach ihrem Wettkampf heimgeflogen. Oder nicht heimgeflogen, nach Nürnberg, glaube ich, oder so. Sie hat irgendeine Zahnarztvorbildung, I don't know. Und sie hat mich dann gefragt, so hey, soll ich wiederkommen? Und sie ist dann extra für mich wiederkommen. Und ich liebe die Paula so sehr, dass sie das gemacht hat. Sie war auch in Bukarest dabei, bei der U23. Und nein, also für mich, bei mir und bei der Paula ist so eine Riesenfreundschaft entstanden. Und es ist einfach so süß von ihr, dass sie einfach zu meinem Wettkampf gekommen ist. Ist sie wieder noch so viel geflogen? Ja, ist extra wieder hergeflogen für mich. Voll cool. Und Fun Fact, ich habe das selber gerade erst, bevor wir angefangen haben zu recorden erfahren, du kennst die Paula noch gar nicht so lange so gut, wie du sie jetzt kennst. Ja, ich kenne sie seit, also kennend davor, also ich kannte sie schon, aber so intensiv seit vor dem Jahr eigentlich erst. Und in diesem Jahr ist es so krass. Die haben sich so gut verstanden. Und das ist wirklich... Na, total coole Sache. Crazy. Ich sehe extra wieder nach Sofia geflogen. That's cool. Wenn man sich so anschaut, welche Turniere es denn noch so gibt, die in einer Größenform von der EM oder gar noch größer sind. Dann kommt natürlich eine WM in den Sinn und dann kommt natürlich auch Olympia in den Sinn. Über Zweiteres sprechen wir gleich. Die WM ist heuer in Bach-Rhein. Planst du dort mitzumachen? Ja, 100%. Also für mich, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr U23 bin, habe ich im Prinzip zwei Hauptwindkämpfe. Das ist die allgemeine EM und die allgemeine WM. Was anderes gibt es für mich nicht mehr. Deswegen ist natürlich, okay, dieses Jahr Olympische Spiele, aber mal schauen. Deswegen, ja, also EM und WM ist immer das Ziel. Erklär kurz einem Line wie mir. Wie qualifiziert man sich für eine WM? Das ist im Prinzip bei uns in Österreich wie bei der EM. Du machst, es gibt Limits. Wenn du das Limit erreicht hast, kannst du hinfahren. Wenn nicht, bleibst du zu Hause. Das heißt, wenn du das Limit erreicht hast, in einem offiziellen Wettkampf davor. Zählt da die österreichische Bundesliga? Ja, ja. Also es muss halt überall sein, wo kein, also was halt kein Training ist. Und wenn es zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, eine Landesmeisterschaft ist, sollte man halt schauen, dass zum Beispiel die Bundestrainerin anwesend ist oder irgendein Vorstandsmitglied, damit man halt sagen kann, dass da alles mit rechten Dingen quasi zugelaufen ist. Man kann das Limit im Prinzip überall machen, außer halt im Training. Du machst es halt bei Wettkämpfen wie einem Bundesliga-Wettkampf oder, keine Ahnung, Staatsmeisterschaft. Wo du quasi offiziell gewogen wirst, wo offiziell auch gar nicht vor Ort sind. Genau, wo alles offiziell ist. Verstehe. Und reicht es jetzt unter Anführungszeichen das Limit zu schaffen oder musst du dennoch von deinen Trainern nominiert werden? Also kann ein Trainern auch sagen, du hast das Limit so geschafft, aber ich nehme mich trotzdem nicht mit? Nein, das gibt es in Österreich, glaube ich, nicht. Also hätte ich noch nie gehört, dass es bei uns gibt. Aber bei uns ist es wirklich so, wenn du das Limit machst, fahrst du 100 Prozent hin. Und ich glaube, wenn du so, keine Ahnung, bis zu sieben Kilo weg bist, glaube ich, wird auch darüber geredet, ob sie dich nicht mitnehmen. Okay. Das ist dann quasi so ein Kulanzbereich, wo ich es trotzdem mitnehmen kann. Okay, also das war Bachrein in der WM. Sieht die Quali für Olympia denn genauso aus? Nein. Nein. Und das Thema Olympia ist ja ein riesengroßes. Du warst schon mal bei Olympia, nämlich 2020 Olympia Tokio, das ja dann 2021 stattgefunden hat. Bevor wir jetzt heuer über Paris sprechen, gib uns noch einen kurzen Recap. Wie hast du Olympia 2020 Tokio in Erinnerung? Also für mich war das voll crazy, weil ich war ja am Anfang gar nicht nominiert. Dann bin ich nachgerutscht, weil Afrika hat den Quotenplatz. Damals gab es noch Quotenplatz für Kontinente. Und die haben den nicht angetreten, deswegen bin ich nachgerutscht als Elfter auf der Erinnerungliste. Dann war es aber so, dass ich Corona-positiv war beim ersten Test für die Einkleidung. Also die Einkleidung war Mittwoch und wir mussten am Montag einen Corona-Test machen. Ich war mit meinem Papa gemeinsam in der Früh und er hat sein Ergebnis, keine Ahnung, drei Stunden später gehabt. Und meins war bis um 16 oder immer noch nicht da. Und dann ruft mich eine Nummer an und sie so, sind sie die Sarah Fischer? Und ich so, ja. Ja, sie sind positiv, sie haben einen CT-Wert von 14, hoch ansteckend. Also sie hat auch gesagt, ich soll mich von meinen Eltern entfernen, damit ich sie halt nicht anstecke. Weil für mich wäre es dann ausgegangen, dass ich vielleicht wieder negativ werde. Da hätte ich meinem Papa angestellt, das hätte ja auch nichts gebracht, das ist mein Trainer, den brauche ich ja auch mit. Ja, dann haben wir eh fast zwei Wochen immer dumm dann, weil in Österreich war es dann negativ ab einem CT-Wert von 30. Den hatte ich innerhalb von drei Tagen oder vier. Und in Japan aber 45. Das war dann so für mich, dass ich, es hat dann glaube ich fast eine Woche dauert, dass ich so einen hohen CT-Wert bekommen habe. Wir haben auch schon überlegt, ob wir den Flug nach Tokio verschieben, von Freitag auf Montag. Also wir haben mehr Zeit gewinnen, aber ich war dann am Donnerstag nochmal testen. Da war ich dann endlich negativ. Und genau, dann bin ich halt am Freitag nach Tokio geflogen. Man muss auch dazu sagen, dass ich so gut wie gar keine Vorbereitung hatte, weil es hatte ja auch, also ich habe mit vielen Sportärzten geredet und es hat mir halt keiner sagen können, soll ich trainieren, soll ich nicht trainieren, weil es gab halt keine Analyse zu irgendwas. Damals war das alles noch neu. Genau, und deswegen habe ich einen Tag voll trainiert, dann am nächsten Tag ging es mir urdreckig, dann habe ich wieder nicht trainiert. Also Tokio war für mich so das Beste, was mir je passiert ist, mit dem schlechtesten Wettkampf, den ich jemals gemacht habe. Deswegen ja. Aber an und für sich, Tokio ist für mich wirklich das Highlight meiner Karriere. An das werde ich mich immer erinnern, das ist wirklich. Es klingt nach einer brutalen, emotionalen Achterbahn, weil jetzt eigentlich die Karriere nicht zu schaffen, dann doch nachzurutschen, dann bist du plötzlich Covid-positiv und dann geht es aber doch noch irgendwie aus, dass du hinkommst. War es dann damals, ich meine, als Sportlerin will man bestimmt immer eine gute Leistung bringen, gar keine Frage, aber wenn du mit dieser Vorgeschichte hinreist, auch zu wissen, okay, ich habe nicht gescheit trainieren können, war es dann irgendwie schon klar, okay, ich weiß, ich werde heute nicht meine neuen PBs aufstellen? Ich muss ehrlich, dort war ich wirklich nicht so der Profiathlet, ich war dort einfach so, oh mein Gott, ich bin im Olympischen Tor, Ziel erreicht, also für mich hätte ich auch nicht starten können, wäre für mich auch toll gewesen. Also ich habe halt für mich das Beste schon rausgeholt, muss ich sagen, beim Wettkampf. Und ich bin Zehnte geworden und ich hätte die Neunte auch nicht geschlagen, wenn ich meine Top-Leistung gemacht hätte, da war so viel Abstand wirklich. Deswegen, ich habe das Beste rausgeholt, deswegen ja. Das war Tokio 2020, beziehungsweise zeitlich gesehen war es 2021. 2021, ich habe deine Ergebnisse noch bei der Hand, du hast. Du musst das nicht vorlesen. Okay. Du bist Top-10 bei Olympia und das ist sensationell. Jetzt haben wir wieder Olympia, Olympia 2024 in Paris. Bevor ich jetzt anfange, Fragen zu stellen, stresst es dich schon sehr? Ich muss ehrlich sagen, gar nicht. Dadurch, dass ich in Tokio war und die Olympischen Spiele waren für mich immer mein Karriereziel. Und dadurch, dass ich in Tokio war, habe ich mir für Paris gar keinen Druck gemacht. Cool. Also wäre ich jetzt gerade vor Tokio, könnte ich hier nicht ruhig sitzen. Aber deswegen, es hat mir halt so viel Druck von den Schultern genommen. Es ist halt so viel Last am Fallen, weil ich habe mein Ziel schon erreicht. Klar, wäre es mega cool, da wieder hinzufahren, ohne überlegen. Aber erstens habe ich 28 noch eine Chance. Und ich nehme mir jetzt nicht das Leben, wenn ich es nicht schaffe. Das hoffen wir alle. Ich meine, wir haben schon 2044, es ist März, die Spiele sind im... August. Das ist mein Wettkampfwerk, glaube ich, sogar am 11. August. August. Ich weiß das aus, wenn ich mir mein Papa erzähle, mir das jeden zweiten Tag. Wie qualifiziert man sich für Olympia? Wie schaut es bei dir im Qualiprozess aus? Also, es qualifizieren sich nur die ersten zehn der Weltrangliste in der Gewichtsklasse. Okay, das heißt, es gibt eine weltweit gültige Weltrangliste? Genau, pro Gewichtsklasse. Und dort die ersten zehn fahren zu den Olympischen Spielen. Und wo bist du da gerade? Momentan bin ich 19. 19. Okay. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich einige in zwei Gewichtsklassen qualifizieren. Zum Beispiel Koran der Solfried qualifiziert sich in der... Also hat ein, zwei Wettkämpfer in der bis 81 gemacht. Und die anderen hat sie alle bis 87 gemacht. Und bis 87 zählt aber plus, weil die Gewichtsklasse plus 87 gibt es bei den Olympischen Spielen nicht. Es gibt dort nur bis 81 und plus 81. Das heißt, wenn du in der bis 87 startest, wirst du automatisch, wird deine Zweikaufleistung automatisch in der höheren Gewichtsklasse gerankt. Ist das irgendwie verständlich? Ja, ja. Es gibt bei Olympia die höchste Gewichtsklasse nicht. Also die es bei der WM zum Beispiel gibt. Die 87 gibt es nicht. Die Zwischen, der 81 und plus. Ah, die Zwischenglasse. Ja, stimmt. Die gibt es nicht. Die Klausel erzählt, dass das so sinnlos ist. Ja. Okay. Jetzt, wo du es gesagt hast, erinnere ich mich wieder. Okay. Und du bist jetzt 19. Genau. Aber es werden noch... Also das hat nicht nur die Koran da gemacht. Das haben auch andere noch. Zum Beispiel eine Australierin macht das auch. Und es gibt zum Beispiel auch Nationen, wo... Man darf ja grundsätzlich bei allen Damen, bei den Damen dürfen nur drei von jeder Nation starten. Es gibt aber fünf Gewichtsklassen. Es gibt Nationen, die haben halt überall wenig qualifiziert in alle fünf Gewichtskassen wie China, Amerika. Und die müssen dann am Ende sagen, wer am Ranking am höchsten ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, die in der 49er ist nur Platz 8. Aber wir haben eine in der Plus, die ist Platz 3 zum Beispiel jetzt. Da schicken wir lieber die in der Plus hin. Man schickt halt die, die was höher gerankt sind. Und da gehört halt ein bisschen Glück auch dazu, muss ich ehrlich sagen. Ja. Dann gibt es auch Nationen, wo, glaube ich, schon ein bisschen, wo statt drei nur mehr zwei fahren dürfen wegen ein paar Dopingfällen. Deswegen, ja, also ich würde mich, ich glaube, wenn ich jetzt Cut wäre, wäre ich so Platz 14, 13 sowas. Und mein Gefühl sagt mir, das ist eigentlich urschlimm, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich dann am Ende 11. oder 12. sein werde und nicht fahren kann. Okay, aber hilf uns kurz noch zu verstehen, bei welchen Events sammle ich Punkte für die Weltrangiste? Bei EM und WM. Ja. Und es gibt auch noch Weltcups. Also im Prinzip bei allen Kontinentalwettkämpfen, bei EM, Asi, bei den Asia Games und solche Sachen. Genau. Und ich fliege auch jetzt in 19 Tagen nach Thailand zum Weltcup. Ja. Zum letzten. Und genau, dort versuche ich halt noch mein Zweikampfergebnis ein bisschen in die Höhe zu geben. Und dann schauen wir mal. Ganz, ganz spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe nämlich, das letzte Mal, als ich einen Monty rekordet habe, habe ich nachher noch ein bisschen mit ihm gequatscht. Und er hat gemeint, ja, und die Sarah, die fliegt dann eh nach Thailand, aber vielleicht nur zum Abwiegen. Und ich habe mir gedacht, wie, es gibt jetzt Athleten, die fliegen nur nach Thailand, damit sie sich abwiegen lassen? Weil es gibt halt so Nationen, die was halt nicht, in Österreich wir zum Beispiel haben, ein mega gutes Doping-System mit der NADA. Ja. Ich habe sehr viele Kontrollen außerhalb vom Wettkampf, die kommen zu mir nach Hause. Das gibt es in manchen Ländern nicht. Okay. Und für die ist es halt dann, dass die eine Competition, weil sobald du abwiegen kannst, sobald du abwiegen gehst, bist du Teil des Wettkampfes. Ja. Und also kannst du auch kontrolliert werden in Competition. Und da ist es halt ein bisschen strenger wie out of Competition. Und dafür ist es halt eher für die Nationen, die was halt, so wie wir in Österreich, nicht so viele Kontrollen haben. Das heißt, da gibt es tatsächlich, oder es kann sein, dass ein Athlet vom anderen Ende der Welt nach Thailand fliegt, um sich auf die Waage zu stellen. So wie ich zum Beispiel in Saudi-Arabien, da war ich auch nur abwiegen. Wow, okay. Aber abgesehen davon, planst du in Thailand zu starten? Ja, 100%. Weil du deine Wälderregelistenplatzierung noch verbessern willst, in der Hoffnung, dass du in Paris dabei sein kannst. Jetzt kenne ich mich aus. Okay. Okay. Eichsathletik, würde es nur 10 Startplätze geben, dann können wir eh gleich das Finale machen. Ja. Deswegen, klar, wir haben es uns irgendwo selber verbockt, der Weltverband, aber auf der anderen Seite ist es halt nicht so fair, finde ich. Dass es von mancher Sport hat, fahren da 500 Leute hin und beim Gewichtheben sind es einfach 100. Das muss man sich mal vorstellen. Vor allem Gewichtheben ist irgendwie, wenn man… Wir sind seit der Antike dabei. Ja, voll. Schon immer. Man kann sich irgendwie Olympia ohne Gewichtheben, das ist so… Gewichtheben ist einfach so ein immens traditioneller Sport, der schon so lange dabei ist. Und jetzt sich jetzt irgendwie vorzustellen, dass 2032 vielleicht kein Gewichtheben mehr im olympischen Programm ist, ist irgendwie komisch. Auch wenn ich jetzt nicht der große leidenschaftliche Gewichtheber bin. Wolle, aber es gehört einfach dazu. Aber es ist irgendwie so, Olympia ohne Gewichtheben ist irgendwie… klingt komisch. 2028 wäre L.E., glaube ich. Ich meine auch noch eine coole Location, wo man hin will. Das heißt, wenn du sagst, es wird jetzt mit Paris nichts, macht nichts, weil 2028 L.E. ist immer noch auf deinem persönlichen Plan. Ja. Und in einer absolut realistischen Zeitspanne, dass du dort auch noch top performen kannst. Mega cool zu hören. Du hast gerade gesagt, dass du von der NADO schon öfter kontrolliert worden bist. Gib uns ein kurzes Bild, wie sieht so eine Kontrolle von der NADO aus? Also ich bin halt im Top-Segment, das heißt, ich muss denen eine Stunde am Tag. Ich muss denen aber auch dreimal oder viermal die Woche eine regelmäßige Tätigkeit zur Verfügung stellen, wo sie mich rein theoretisch testen könnten. Das mache ich immer als Training, weil das mache ich oft genug. Und einen Übernachtungsort muss ich auch zur Verfügung stellen. Wie oft? Jeden Tag? Jeden Tag. Also ein Zeitfenster von einer Stunde und einen Übernachtungsort muss ich jeden Tag zur Verfügung stellen. Aber was ist, wenn du auf Urlaub fliegst? Dann muss ich das Hotel dort angeben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann, keine Ahnung, in die Dominikanische Republik fliegen, ist jetzt nicht so. Aber rein theoretisch könnten sie dann die ETA was von wem von dort schicken und dann könnten sie mich auch dort kontrollieren. Rein theoretisch. Das heißt, du musst irgendwo mitloggen. Ich nehme an, online. Ja. Wo du schläfst, wo du bist. Wow. Okay, und dann machst du das und randomly kommen die dann an irgendeinem Tag? Genau, die können im Prinzip auch jeden Tag kommen, wenn es ihnen Spaß macht. Im Februar bin ich jetzt fast viermal kontrolliert worden. Und bei der EM in Sofia bin ich auch kontrolliert worden, also im Prinzip fünfmal. Und wie weit im Vorhinein weißt du, dass du kontrolliert wirst? Wenn sie bei der Tür anläuten. Also es ist echt so, die kommen und dann stehen sie einfach bei deiner Tür. Okay, ich meine, macht eh Sinn. Ja, es macht eh Sinn. Aber ich habe auch gedacht, die rufen zumindest eine Stunde voran, so, ey, wir sind jetzt gleich da oder so. Aber es ist halt voll für eine normale Person, es ist halt unvorstellbar, dass die einfach bei der Tür anläuten. Okay, und dann läuten die bei der Tür an und sagen, hallo, wir sind die Nada und wir machen jetzt eine Doping-Controller. Und wenn jetzt zu dir nach Hause kommen, welche Art von Doping-Test ist das? Ist das ein Urin-Test, ein Blut-Test? Kann beides sein. Also wenn es Blut ist, muss natürlich auch ein Arzt dabei sein. Aber grundsätzlich kann es beides sein. Es kann auch nur Blut sein, es kann nur Urin sein, wie sie wollen. Jetzt habe ich eine dumme Frage. Ja, bitte. Schauen die dir denn wirklich beim Pinkel zu? Ja. Dazu habe ich auch eine funny Story. Meine erste Kontrolle hatte ich original mit zwölf. Die wollten eigentlich meinen Bruder kontrollieren. Also haben sie dann auch. Und dann haben sie sich halt gedacht, die wohnen am gleichen Ort. Logischerweise kontrollieren wir auch die kleine Sarah. Und ich war zwölf damals. Und die wussten nicht, die waren glaube ich zwei oder drei Stunden bei uns und wussten nicht, ob sie mich kontrollieren dürfen. Weil in Österreich gab es erst ein Gesetz ab 14 oder 15. Und ich war zwölf und die fragen mich so, und wie alt bist du, nicht so zwölf? Und sie so, ha, bist du nicht? Und ich so, doch, ich bin zwölf. Und dann wussten die das halt nicht. Und mittlerweile, nach mir haben sie die Regel gemacht, man darf erst eine Doping-Kontrolle machen. Mit 14, ab 14. Ja. Zwischen zwölf und 14 bin ich 350 Mal kontrolliert worden. Danke für nichts. Ich weiß nicht, dass manche Leute denken, was ich mir mit zwölf reinhau. Ja, Mann. Ich meine, sorry, aber. Ich meine, ich hoffe, dass das nie so ist, dass man sich mit zwölf irgendwas reinhaut. Ja, das hoffe ich auch. Aber es war echt arg. Wow. Ich glaube, ich habe sogar nachher gerät, weil ich halt nicht, es war halt voll die überfordernde Situation. Ja, mit zwölf. Deine Eltern wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Dann wollten sie es dann am Ende gar nicht mehr machen. Aber wenn die die Kontrolle nicht machen, dann heißt es dann vielleicht so gleich, okay, hast du etwas zu verbergen. Irgendwas, du hast verweigert oder du bist verweigert. Ja, genau. Voll. Okay. Crazy. Und wie lange dauert es dann, bis du dein eigenes Ergebnis weißt? Ich meine, du weißt es selber, weil du nicht dobst, aber wie lange? Es ist auch immer unterschiedlich. Manchmal ist es urschnell, so innerhalb von einer Woche. Manchmal dauert es auch, keine Ahnung, zwei oder drei Monate. So lange? Es gibt auch zum Beispiel bei Wettkampfkontrollen bei der EM oder so, habe ich es auch schon gehabt, dass nie ein Ergebnis gekommen ist. Keine Ahnung, vielleicht haben sie es weggenommen, ich weiß es nicht. Aber das gibt es auch. Okay. Und sage, jetzt hat mir der Klaus Wirt dabei erklärt, dass der Sport Probleme hat aufgrund seiner doch vielzahl an Doping-Ferre, die es gab in der Vergangenheit. Und der Monti hat auch gemeint, ja, Doping ist immer noch ein Thema beim Weightlifting. Meine Frage ist, hattest du in irgendeiner Art und Weise schon mal, als abgesehen von Doping-Kontrollen, Kontakt zu Doping im Sinne von, du hast das mitbekommen, du hast jemanden gesehen oder dass ich jetzt Namen wissen möchte oder Nationen wissen möchte, aber gab es bei dir schon mal so ein Erlebnis, wo du dir denkst, ah, damn, davon reden alle? Nein, also auch wenn es wer machen würde, die würden das ja nicht so machen, dass sie es vor dir machen. Ich habe mal gehört, da bin ich bei der Kontrolle gesessen und wir haben beide so gewartet, das war eine Freundin, also Konkurrentin, aber auch eine Freundin von mir. Und ich so, frage sie so, und wann war deine letzte Kontrolle? Und sie so, ja, vor zwei Jahren. Und ich so, excuse me, bitte, was hast du gerade gesagt? Vor zwei Jahren? Und ich so, ja. Und ich so, nett, meine war vor zwei Wochen, aber. Okay. Aber es wäre jetzt zum Beispiel auch noch nie jemand, wie er dich approacht und hätte dich angeboten oder irgendwie einen Shady-Deal. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Ja, Olympia, 2024. Ich drücke dir, wann ist Thailand? Ich fliege in 19 Tagen. Du fliegst in 19 Tagen? Mein Wettkampf ist am 10. April. Okay, also du fliegst so Anfang April-isch. Am 4. glaube ich, oder am 3. Und dann am 10. April ist der Wettkampf. Wir drücken dir natürlich alle Daumen, die wir haben. Dankeschön. In meinem nächsten Segment hätte ich noch ein paar allgemeine Fragen, allgemeine Themen. Und ich möchte anfangen mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass du übermorgen ein Jubiläum hast, von dem du wahrscheinlich gar nichts weißt. Welches Datum ist übermorgen überhaupt? Das würde dir nichts helfen. Übermorgen ist der 19.3. Aber über das Datum kommst du nicht drauf. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Es ist ein riesen Zuwoll. Ich habe das nachgeschaut und habe mir gedacht, ich rechne mir das kurz aus. Am 19.3. bist du seit 4.000 Tagen die stärkste Frau Österreichs. Und das wäre ich niemals gekommen. Niemals. Du bist jetzt laut deiner Website seit 7. April 2013 und am 19.3., der ist übermorgen, bevor dieser Podcast live geht, bist du 4.000 Tage lang die stärkste Frau Österreichs. Du hast den Titel bekommen, da warst du zwölf. Hat so einen Titel, wenn man ihn mit zwölf bekommt und 4.000 Tage lang hält, welche Bedeutung hat das für dich? Ich bin ehrlich, sowas hat für mich gar keine Bedeutung, wie ich den Titel Stärkste Frau bekomme. Da war ich ein Kind, ich war zwölf Jahre alt. Da war ich noch nicht mal eine richtige Frau. Deswegen, das hat für mich gar keinen Wert. Mein Papa liebt diesen Titel. Ich weiß nicht warum, aber für ihn sagt das so viel aus. Aber für mich ist es eher so, wenn man zu mir sagt, sie war bei den Olympischen Spielen, sie hat 40 Medaillen gemacht. Das ist für mich so viel mehr wert, als so ein kleiner Titel. Ja, ich finde es trotzdem, wenn eine kurze Zahl 4.000 Tage lang, um die stärkste Frau Österreichs zu sein, herzlichen Glück und Trotz von meiner Seite dazu. Also sofern du ihn bis übermorgen nicht verlierst, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Wie die Paula bei mir war und ich ziehe einen Rückschlüssel, weil sie die erste echte Weightlifterin war, die ich interviewt habe, hat sie gemeint, bei ihr war es immer total wichtig, einen guten Ausgleichssport zu haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in dem Ausmaß, in dem du Weightlifting betreibst, sich ein Ausgleichssport nebenbei nicht mehr ausgeht. Aber was würdest du sagen, was ist dein Ausgleich zum Weightlifting? Wo findest du Inner Peace, jetzt abgesehen vom Weightlifting, in deinem Leben? Ich glaube, was für mich wichtig ist und was auch generell für meine Familie, damit so eine gewichtige Familie sind, wichtig ist, dass wir einfach so Sachen haben, die sich 0% ums Gewichtheben drehen, weil uns dreht sich ja wirklich alles ums Gewichtheben. Mein Papa ist mein Trainer, also wir reden wirklich Frühstück, Mittagessen, Abendessen immer drüber. Deswegen, wenn ich so zum Beispiel, deswegen, ich versuche, es klingt vielleicht jetzt nicht so gut, aber ich versuche so wenig wie möglich, zu Hause zu sein, wenn es nicht gerade ums Training geht. So am Wochenende, ich bin fast nie zu Hause. Das ist für mich so Ausgleich, wenn ich zu meinen Freundinnen fahre, wenn wir nach Wien fahren oder Salzburg ist wirklich komplett egal oder auch wenn ich 100 Mal im Jahr irgendwo hinreise, so Städtetrips, ich liebe Städtetrips. Das ist für mich so einfach weg davon. Das soll jetzt nicht heißen, das ist ganz schlimm für mich. Nein, aber wenn du mit etwas die ganze Zeit in Berührung bist, wirklich 24-7, dann brauchst du einfach, okay, cut, jetzt bin ich nicht die Wakelifting-Sara. Sondern die Städtetrips-Sara. Genau. Nein, verstehe ich voll, kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast gesagt, du bist ja nicht super auf Zuhause, das heißt, du wohnst doch nicht mehr zu Hause. Ich wohne zu Hause. Ah, du wohnst zu Hause. Deswegen bin ich am Wochenende nie zu Hause, weil ich zu Hause wohne. Deswegen bist du am Wochenende nicht zu Hause. Okay, das macht es ja noch einmal schwieriger. Ja, vor allem, ich denke mir halt auch so, für was soll ich mir in Kremsen eine Wohnung suchen, wenn ich meinen Papa dann nie zweimal am Tag in der Halle sehe. Ja. Und ich tue halt wirklich zu Hause, was mache ich zu Hause, essen und schlafen und mich aufs Training vorbereiten. Das war's. Ja. Du hast es ja schon so oft gesagt, dein Papa ist dein Trainer. An der Stelle liebe Grüße an den Erwin. Erwin. Erwin Fischert. Ewald Fischert. Sorry. Ich weiß, dass er Ewald heißt, die haben wir gerade EWI im Kopf gehabt und aus irgendeinem Grund wurde das zu Erwin. Die Paulin immer EWI. Das ist, glaube ich, die Einzige, die ihn wirklich EWI eigentlich hat. Also nochmal, du hast es schon angesprochen, dein Papa ist dein Trainer. An der Stelle liebe Grüße an den Ewald. Solltest du das sehen oder hören. Ich habe mich, wie ich mich auf diesen Podcast hier vorbereitet habe, habe ich auch deinen Podcast gehört, den du mit Red Bull gemeinsam aufgenommen hast. Super coole Folge. Verlinke ich auch sowohl auf YouTube als auch auf Spotify in den Shownotes. Jeder, der 30, 32 Minuten Zeit hat, sollte sich die unbedingt annehmen. Wirklich coole Folge. Und dort hast du auch über das Thema gesprochen, wie es dir denn geht, dass dein Vater Trainer ist. Und ich meine, für ein junges Mädchen, das du immer noch bist oder früher warst, glaube ich, ist das sehr, sehr challenging, wenn man seinen eigenen Vater Trainer hat, weil man dann auch viel seinem Vater sagen muss, was man ihm vielleicht normalerweise nicht sagen müsste, gerade in der Pubertät. Und ich habe mir gedacht, wie ich den Red Bull Podcast gehört habe, ja, okay, kann ich mir challenging vorstellen. Und dann habe ich auf YouTube ein Video gefunden, das hieß ab 18 die Gewichtheberin-Doku, wo der ZDF, glaube ich, euch eine Zeit lang begleitet hat in eurem täglichen Dasein. Du mit deinem Vater und mit deiner ganzen Familie eigentlich, die waren bei euch zu Hause, die waren bei euch im Training, die waren bei euch im Wettkampf. Und da war ein Wettkampf dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Das war eine durchaus sehr, sehr, sehr emotionale, sowohl positiv als auch herausfordernd kritische Beziehung, die ich da wahrgenommen habe. Also ich glaube, von dem Wettkampf, den du redest, war der Weltcup in Rom. Ich weiß nicht, wo er war. Dort war ich wirklich richtig, richtig schlecht. Und ich bin jetzt so weit, dass ich selber zugeben kann, dass ich richtig schlecht war. Damals war es doch so Eigenschutz. Nein, ich war gar nicht so schlecht, aber ich war so schlecht. Und es war halt auch wieder kurz vor dem Olympischen Spiel, damals Tokio. Und wir haben halt wirklich damit gerechnet, okay, jetzt ist es vorbei. Und wenn für dich gerade so ein Lebenstraum platzt, war das jetzt im Moment nicht so, dass ich sage, okay, das ist mein Papa, ich soll ein bisschen Respekt haben. In dem Moment war das mein Trainer. Und unser beider Lebensziel ist quasi gerade geplatzt. Deswegen, bitte schaut euch das nicht an, weil danach glaubt keiner mehr, dass ich mein Papa lieb habe. Aber ja, nein, es ist halt schwierig. Also jetzt mittlerweile geht es voll. Jetzt habe ich aber auch eher manchmal das Gefühl, dass wir eher Freunde sind als so Vater und Tochter, was das leichter macht. Damals war ich noch in der Schule. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Mathe jetzt eine Vier oder eine Fünf hatte, habe ich das im Training gehört, dann habe ich schlecht trainiert. Dann habe ich zu Hause wieder gehört, ja, Schule und Training ist schlecht. Und dann haben wir, also wir haben irgendwann wirklich jeden Essen einfach nur mehr gesteckt. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn wir das nicht hinkriegen, dann suche ich mir einen anderen Trainer. Ich meine, das ist gar nicht böse, aber das ist ja nicht gut für unser Familienleben. Für meine Mama, die muss sich immer beide Storys anhören. Dann sage ich ihr so, nein, beide Storys kriege ich nicht. Und mein Papa so, nein, sie redet nur Blödsinn. Deswegen, es war mega schwierig. Zu dem Zeitpunkt war mein Bruder auch schon meistens in Bulgarien. Das heißt, ich hatte irgendwo auch niemand mehr, der mich so bestärkt. Weil am Ende des Tages sind wir sicherlich, meine Mama hilft zu meinem Papa. Okay. Ja, deswegen, aber es hat dann auch fast zwei Jahre oder so dauert, bis wir gesagt haben, hey, zu Hause reden wir nicht mehr oder so wenig wie möglich über das Gewicht heben. Und in der Halle bist du mein Trainer. Da geht dich nicht an, ob ich jetzt in der Schule eine Eins oder eine Fünfe habe. Das interessiert dich als Trainer nicht. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen verschwommen, aber gut verschwommen. Nicht negativ. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein viel besseres Verhältnis. Ich sage ihm so viele wichtige Sachen, die ich meinem Papa, ganz ehrlich, welche 23-Jährige sagt ihrem Papa so viele Sachen. Und wenn ich meinem Papa das nicht sagen würde, das würde halt als die Trainer-Athlet-Beziehung zerstören. Das Gleiche, ich schlafe immer vor dem Nachmittagstraining eineinhalb, zwei Stunden. Okay. Und wenn ich das nicht mache, ist das Training nachher, kannst du schmeißen. Und er schaut mich an und er kann mir sagen, wie lange ich geschlafen habe. Und das ist halt schwierig, wenn du das, also es macht unsere Leistung als Athlet, Trainer sehr gut. Ja. Aber es ist auch schwierig, weil... Ich stelle es mir als eine sehr schwierige... Ja. Wie soll ich sagen, ihr habt eigentlich zwei Beziehungen zueinander, die irgendwie parallel leben müssen, was ich mir total schwierig vorstelle. Aber auf der anderen Seite, ich finde die Emotionalität, die man in dem Video sieht, zeigt auch, wie wichtig es euch beiden ist. Ja. Auch, wie wichtig es ihm ist, dass du gut performst. Jetzt aber nicht unbedingt auf eine bosartige Trainer-Art und Weise, sondern in dem Video sieht man, er will das Allerbeste für dich. Ja. Und artikuliert das halt damals auf seine Art und Weise. Was das noch schwieriger macht bei Babo und ich, wir sind extrem gleich. Wir sind wirklich, wir sind beide stur. Wir wollen immer Recht haben. Wir können auch nicht, wir können schwer zugeben, wenn der andere Recht hat. Wir wissen, dass die andere Person Recht hat, aber wir wissen, es ist schwer rüberzubringen. Deswegen, das macht das noch schwieriger. Weil wir sind wirklich, wie wenn er einen Spiegel vorhatte an mir. Okay. Wie lange trainiert dich dein Papa schon? Schon immer. Also ich hatte kurzzeitig einen anderen Trainer, aber ich habe ihm dann gesagt, wenn du nicht wieder mein Trainer bist, dann höre ich auf. Okay. Weil das hat nicht so gut funktioniert. Okay. Aber grundsätzlich immer. Also ich sage jetzt, du bist jetzt 23, also so circa plus minus 10 Jahre. Ja. Kommt da irgendwann in diesen 10 Jahren der Gedanke auf, vielleicht wäre es klug, mal einen Trainer Wechsel zu machen. Um Gottes Willen, Ewald, ich will jetzt nicht deine Trainertätigkeit schmälern. Aber man sieht auch bei den weltbesten Athleten, dass sie irgendwann einmal sagen, okay, vielleicht ist es einfach Zeit für einen Trainerwechsel. Oder sagst du, hey, never change a working system, das funktioniert so super. Ich habe es ja probiert mit einem anderen Trainer für vier, fünf Monate. Aber ich war dann so, das bringt für mich nichts. Und jetzt bin ich so back to the roots, never change a running system, ganz ehrlich. Es funktioniert. Warum soll ich was ändern, was funktioniert? Perfekt. Deswegen. Verstehe. Cool. Ein weiteres Thema, das mich total interessiert. Als Spielsatzsportler nehme ich an, hat man ein Vorbild zu Themen aufschaut. Ich habe auf einer Subseite von deiner Subseite gefunden, dass das unter anderem die Tadiana Kaschirina war. Ja. Ist sie das immer noch? Nein. Nein. Also, ich muss ehrlich sagen, so richtig Vorbild habe ich irgendwann irgendwie verloren. Es gibt so viele Leute, die ich mega cool finde. Zum Beispiel Emily Campbell. Ich liebe sie, sie liebt mich. Also wirklich, das ist so, sie ist für mich so ein herzliches guter Mensch. Und das ist zum Beispiel, sie ist für mich ein Vorbild. Aber nicht nur wegen dem Gewicht hin, aber auch wegen einfach, weil es persönlich und ihr Charakter ist einfach so ein guter Mensch. Ja. Und das finde ich einfach schön. Ja, cool. Es war früher mal die Tadiana Kaschirina. Das war die Brustin. Brustin. Ja, genau. Voll. Vorher gerade angesprochen haben wir, dass du gestern einen Wettkampf hattest, nämlich Bundesliga für den AKH Fösendorf. Du bist noch gar nicht so lange wieder beim AKH Fösendorf. Du warst noch beim AKH Fösendorf, dann warst du weg und jetzt bist du wieder dabei. Wie passiert so ein Wechsel? Warum plötzlich wieder AKH? Also damals bin ich weggegangen von Fösendorf. Da war halt einfach so viel los mit Tokio und so, dass ich gesagt habe, ich will nächstes Jahr eigentlich gar nicht Bundesliga starten. Ich wollte dann eher Pause machen. Und zwei oder drei Tage, bevor die Frist abgelaufen ist zum Wechseln, habe ich mit meiner Freundin geschrieben, mit der Lena Reidl. Und die hebt den Lochen und sie so, ha, das wäre so cool, wenn wir in einer Mannschaft starten würden. Und ich so, wäre schon cool. Und dann hat halt ihr Obmann meinen Papa angerufen und dann ist es einfach innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden entstanden. Das ist so spontan. Und dort war ich dann auch zwei Jahre und ich habe mich so wohl gefühlt. Also einfach mit jemandem zu heben, den du gern hast, das macht es einfach so viel besser. Was ich ja jetzt in Fösendorf aufhabe mit der Paula. Ja. Ja, deswegen ja. Stimmt. Und ihr habt gestern 5 zu 0 gewonnen. 5 zu 0. Also herzlichen Glückwunsch. Danke. Funktioniert mega gut. Lass mich noch einmal ganz kurz auf diese Doku zu sprechen kommen, wenn ich gesehen habe. Ich habe nämlich eine Frage vergessen. Lass mich noch einmal ganz kurz auf die Doku zu sprechen kommen, über die wir vorher gerade gesprochen haben. Da habe ich nämlich gemerkt, dass dein Bruder nicht nur Deutsch, sondern auch, ich glaube es war Bulgarisch, spricht. Warum kann dein Bruder so gut Bulgarisch? Mein Bruder und ich hatten damals, wie er so zwölf oder so war und nicht so zehn, hatte er einen bulgarischen Trainer. Mhm. Für vier, fünf Jahre und er war halt im Sommer, weil wir halt noch Schulpflicht hatten, immer in Bulgarien auf Trainingslager. Und dort ist halt, das sind halt so Länder, da gibt es kein Englisch. Ja. Und er wollte sich halt verständigen und er hat halt relativ früh die Sprache gelernt. Er kann schreiben, lesen, also er kann es wirklich perfekt. Ja. Ich sage ihm sogar manchmal, er kann es besser wie Deutsch. Nein, jetzt wirklich. Und ja, es ist auch nicht die einzige Sprache, der kann. Er kann auch Russisch, was aber Russisch und Bulgarisch sind sehr ähnlich, deswegen da tut er sich leicht. In Armenien war er früher auch ab und zu auf Trainingslager und er nimmt halt Sprachen extrem schnell auf. Er kann das so schnell lernen. Und liefst du deinen Bruder jetzt noch? Ja, für Bulgarien. Für Bulgarien. Warum liefst du deinen Bruder für Bulgarien und nicht für Österreich? Er hat früher für Österreich gehoben und er hat auch einige Medaillen für Österreich gemacht. Aber es gab dann irgendwann einige Konfrontationen mit dem Verband, von wegen, wen schicken wir hin? Weil es gab noch einen zweiten Athleten, der halt älter als mein Bruder war. Mein Bruder war eigentlich der jüngere, noch der bessere, aber trotzdem wurde halt der andere mehr favorisiert. Und deswegen hat mein Bruder gesagt, er lasst sich nicht länger verarschen. Und er hat gesagt, dadurch, dass er halt immer unten auf Trainingslager war, den Bundestrainer kannte, den Präsidenten, er hat halt die Sprache spricht lesen. Seine Freundin damals war auch unten. Deswegen war es dann so, er wechselt jetzt. Er wechselt. Okay, aber ihr seid immer noch gut in Kontakt. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ich fliege auch jetzt bald zu ihm. Hoffentlich. Sehr gut. Ich habe es vorhin angesprochen, den Unterschied zwischen Crossfit und Weightlifting, den ich angesprochen habe. Das ist im Crossfit, das ist alles laut, mega viel los. Es sind 100.000 Athleten gleichzeitig am Floor. Weightlifting bist du ganz alleine. Auf der Bühne und alle Augen sind auf dich gerichtet. Mir ist bei der EM aufgefallen, du hast so ein paar, wahrscheinlich habe ich gar nicht alle gemerkt, aber du hast so ein paar Rituale, würde ich jetzt mal sagen, die du machst, wenn du liftest auf der Bühne. Was ist mir aufgefallen? Du machst, wenn du auf die Bühne gehst, das Kreuzzeichen. Du wartest tendenziell diesen 30 Sekunden Ton ab. Es greift immer zuerst die rechte Hand auf die Hand. Du schwingst deinen Kopf in so einer ganz bestimmten Bewegung, dass dein Zopf nach hinten fliegt. Das macht gute Bilder. Das macht gute Bilder. Ist das einfach, um quasi jedes Mal denselben Bewegungsablauf zu haben? Ist das auch ein bisschen, dass du sagst, du brauchst nichts im Kopf haben, weil das läuft schon automatisch? Ja, 100 Prozent. Wie schaffst du es, ich stelle mir das so schwer vor, wie schaffst du es, auf der Bühne zu stehen und nicht an irgendwas zu denken? Das ist wirklich schwierig. Früher habe ich, ich trage nämlich Kontaktlinsen. Früher war es sogar so, dass ich vor dem Wettkampf meine Kontaktlinsen rausgegeben habe, dass ich nichts gesehen habe. Okay. Das war voll, also ich konnte nämlich, meine Mama ist immer im Publikum gesessen und man sucht dann, wenn man weiß, die Person sitzt da, versucht man immer hinzuschauen. Und deswegen habe ich damals immer die Kontaktlinsen rausgegeben, damit ich gar nichts sehen kann. Aber ich glaube, Tokio war der erste Wettkampf, wo ich gesagt habe, okay, da ist die Kontaktlinsen drin, aber ich will was sehen. Und seitdem sehe ich immer was, seitdem habe ich immer Kontaktlinsen drin. Und es ist schon schwierig, an nichts zu denken, aber bei mir ist es so, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, was ich jetzt da jetzt mache, dann ist es vorbei. Aber ich versuche auch im Training, so wenig wie möglich zu denken. Was auch voll der Kontrast ist im Training, ich höre Musik so laut, dass ich meine eigenen Gedanken, falls ich etwas denke, nichts höre. Aber ja, beim Wettkampf ist es so, ich bin da schon in einem gewissen Modus drinnen. Vor allem dieses, wenn du sagst, ich habe jetzt selber überlegen müssen, was ich greife mit der Rechte kann zuerst, das passiert einfach so automatisch. Wenn es mal so weit ist, dass du schon gar nicht mehr merkst, das ist ja perfekt. Das ist wirklich, also ich war so, was, rechte Hand? Ja, das sind so Sachen, das war schon immer so, ich könnte es nicht mal ändern, wenn ich es, also das passiert einfach automatisch, da muss ich nicht nachdenken. Ja, ich möchte ganz kurz vorgreifen, ich habe ja auf Instagram gefragt, ob jemand Fragen an dich hat und da kam etwas, das dazu passt. Du hast nämlich noch einen ganz, einen Move mit einem riesen Wiedererkennungsfaktor. Und zwar, wenn du liftest, dann macht dein Kopf eine bestimmte Bewegung, auf die du sicher schon hundertmal angesprochen wurdest. Die man sonst bei, glaube ich, keiner anderen, also ich würde keine andere Athletin kennenlernen. Mein Bruder hat es auch ein bisschen. Dein Bruder hat es auch ein bisschen, wenn man liegt es in der Familie oder ist das, kam das einfach mal, das behalten oder kam das auf irgendeinen Trainingseffekt oder? Es war früher so, dass durch den bulgarischen Trainer haben wir beide das irgendwie bekommen. Mein Bruder hat es, ich glaube, mein Bruder hat es sogar fast wegbekommen. Was lustig ist, im Training mache ich das gar nicht. Ich mache das wirklich erst, wenn mein Adrenalin-Level und wirklich so hoch ist und auch die Last beim Heben so hoch ist, dass ich, dass mein Kopf das irgendwie automatisch macht, ich weiß nicht. Weil es schaut nach einer sehr ruckartigen Bewegung mit dem Kopf aus. Im Training ist es halt so eine ganz andere Situation, da bin ich ruhiger, gechillter, würde ich sagen. Deswegen, da hebe ich es so ganz normal und im Wettkampf ist es wirklich so, also ich versuche auch die Technik ein bisschen zu ändern, dass es besser wird. Wenn du mal mein Training im Vergleich sehen würdest, da würdest du sehen, dass ich es im Training einfach nicht mache, weil das einfach eine gängigere Situation ist, das mache ich einfach öfter. Und Wettkampf ist dann doch irgendwo eine Ausnahmesituation, da verfällt man halt das alte Muster wieder. Deswegen ist es schwer, das beim Wettkampf wegzubekommen. Was ich aber bei dem Wettkampf gehört habe, der Trainer von der Emily Camper hat zu mir gesagt, dass meine Technik im Reißen viel besser wurde. Was ich selber zum Beispiel gar nicht gemerkt habe, weil ich einfach mich nicht damit befasst habe, weil ich meine ganzen Gedanken bei meinem Rücken hatte. Deswegen habe ich mich auf das nicht wirklich Wert gelegt. Was aber, wenn du es aber dann doch hörst, ist es schon sehr nett. Okay. Ich habe das auch den Monty gefragt, ich habe das auch den Klaus gefragt. Wie geht es dem Weightlifting-Sport? Also ich finde, dass es uns richtig gut geht, vor allem in Österreich. Ich weiß nicht, ich weiß, dass manche Gewichte über Crossfitter haten, was ich gar nicht verstehe, wirklich null. Weil ganz ehrlich, wir haben so viele Leute durch Crossfit, vor allem so viele Mädels. Und das ist so viel wert. Und ich weiß nicht, es ist klar, es gibt so Alteingesessene, die sagen, das ist Crossfit. Es ist doch egal, ob du jetzt in die Hockey gehst oder Stand machst, ob du Ausfall stoßt oder Hockey oder Stand, das interessiert doch keinen. Wir haben so viele Leute bei Wettkämpfen, zum Beispiel bei der Landesmeisterschaft, wo ich Schiedsrichter war, wo die Paula auch gestartet ist. Und der Monty, die 148 Christen hat, waren 75 Leute am Start. Und das ist mega viel. Und das hätte es früher gar nicht gegeben. Hintergrund zu deiner Aussage, Weightlifting hat einen extrem großen Zulauf bekommen aufgrund von Crossfit. Weil Weightlifting ist ein Teil von Crossfit und viele Crossfitter machen dann halt auch parallel oder Transition sogar, wie der Monty zum Beispiel, ins Weightlifting. Und jetzt auf einer internationalen Ebene betrachtet, der Sport hat Dopingprobleme. Das haben wir jetzt in den letzten Podcasts schon festgestellt. Glaubst du, ist da Hoffnung da, dass es besser wird? Ja, es ist schon besser geworden. Wäre es nicht besser geworden, wären wir 2028, hätten es uns einfach rauskommt. Aber nein, es ist wirklich viel besser geworden. Ich glaube, jetzt bei den letzten drei, bei der EM gab es keinen Dopingfall, in Saudi-Arabien, bei der letzten WM gab es keinen Dopingfall. Bei dem Weltcup in Bora gab es keinen Dopingfall. Also das ist richtig viel wert. Okay, das ist richtig cool zu hören. Also abgesehen von Doping gab es auch einige andere Änderungen. Sie haben Gewichtsklassen geändert. Ja, das machen sie jetzt wahrscheinlich auch wieder, deswegen... Okay, machen sie mal wieder mal. Es gibt Videoüberweise, es gibt Reviews, es gibt Judges. Wenn du jetzt sagst, stell dir vor, du könntest an den IWF, 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 einen Wunsch richten, was wäre das? Also mein Wunsch wäre, dass zum Beispiel die Schießrichter müssen in Echtzeit bewerten, ob der Versuch gültig ist oder ungültig. Ich finde es unfair, dass sich die Jury den Versuch 520 Mal anschauen darf. Zum Beispiel, sie geben ihm 2 zu 1 gültig, weil er nicht nachgedrückt war. Die Jury gibt ihn dann ungültig, nicht wegen Nachdruck, weil ihm in der Zeitlupe, genau, haben sie dann einen anderen Fehler gefunden. Sorry, das ist die größte Frechheit überhaupt. Die müssten meiner Meinung nach das auch in Echtzeit bewerten. Sie dürfen sich den Versuch nochmal anschauen, aber in Echtzeit. Und nicht 500 Mal in Superzeitlupe, dass man ja was findet. Das finde ich sollte, das ist einfach nicht fair. Okay, also du meinst, dass man beim Review dann quasi auf andere Fehler draufkommt. Vielleicht auch so ein bisschen ein Trotzverhalten, so wie ich dachte, er ist ungültig, jetzt sehe ich erst nichts ungültiger und finde ich schnell was anderes. Ja, vor allem, für was habe ich dann Schiedsrichter, die das in Echtzeit bewerten, wenn du dann eh als Jury dir den Versuch 500 Mal anschaust, bis du was findest. Das ist dem Athleten gegenüber unfair, der was dann monatelang an Vorbereitung reinsteckt. Ja, na, verstehe ich. Verstehe ich gut. Ich werde zur IWF ausrichten, wenn ich das nächste Mal mit Ihnen spreche. Du hast es gerade selber angesprochen, wir haben mittlerweile wirklich viele, wirklich gute Frauen im Weightliften. Die Vivian Meister, die Verena Watzulek, die Lena Reitl, die Alina Nowak, die Vicky Steiner, die Paula Zikowski, die Lina Bauer. Und ich vergesse gerade sicher 100 andere und es tut mir leid, dass ich die alle vergesse. Dennoch erlebst du es heutzutage noch, dass sich Leute wundern, wenn du ihnen erzählst, dass du als Frau Weightlifterin bist? Nicht mehr so wie früher, weil wie ich mit dem Sport angefangen habe und meine ersten Erfolge hatte, war es ja wirklich so, was Frau, Gewicht heben. Aber mein Leitspruch war dann immer so, unsere Frauen-Fußball-Nationalteam ist besser als das Männer-Nationalteam im Fußball. Also bitte, reden wir über was anderes. Deswegen, also in letzter Zeit gar, also in den letzten vier, fünf Jahren gar nicht mehr, es hat sich wirklich komplett geändert. Das heißt auch jetzt außerhalb der Weightlifting-Babel merkt man hier Veränderungen, was ja mega cool ist. Einfach dadurch, dass Crossfit hier in jedem Gym, in jeder Box wird gecrossfitted. Deswegen ist es nicht mehr so, warum machst du das? Das gibt es einfach nicht mehr. Mega cool, mega cool. Jetzt springen wir Themen links und rechts. Ich habe übrigens auf Instagram bei dir gesehen, dass du bei mir ganz in der Nähe warst, nämlich beim Tattoo- und Barberstudio von Ralph Gamora. Du hast ja einige Tattoos. Ich glaube neun mittlerweile. Okay, wow. Ich wusste von zwei. Also du hast das Olympia-Logio tätowiert. Ich nehme an, vor und nach Olympia in dem Zusammenhang. Ja, nach Tokio. Nach Tokio. Du hast auf deinem rechten Schulterblatt Pehen stehen. Am linken. Am linken Schulterblatt Pehen stehen. Und du warst jetzt vor drei Tagen, glaube ich, wieder dort. Ja. Hast du dir ein neues Tattoo geholt? Nein, ich habe nur ein altes nachstechen lassen. Ich habe nämlich hinten am Rücken zwei Skorpione, die so im Yin und Yang gehen. Einer ist rot und einer ist schwarz, weil mein Bruder und ich, wir sind beide Skorpione. Und deswegen habe ich mir zwei Skorpione stechen lassen. Ah, cool. Und den roten muss ich nachstechen, weil der ist ja ein bisschen, der braucht mehr Aufmerksamkeit. So wie ich. Deswegen bin ich der rotes Skorpione. Aber konntest du die Farbe nachstechen lassen? Ich dachte, man darf nicht mehr Farbe tätowieren. Nur gewisse Farben. Es wurde nur eine Farbe, so Farben-Brands wurden ein bisschen geändert. Ich dachte, es gibt gar keine Farben mehr. Nein, 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 es gibt noch Farben. Okay. Ich liebe rote Tattoos. Verstehe. Wir schweifen komplett vom Thema ab. Nein, andere Frage doch. Kannst du doch mit einem marktgestochenen Tattoo, das war vor drei Tagen, du hattest gestern Wettkampf. Ich war am Freitag tätowieren und am Samstag habe ich Wettkampf gehabt, ja. Das geht? Easy, kein Problem. Kein Problem. Vor allem mein Tätowierer, der wohnt jetzt in Salzburg und nicht mehr in Wien, weil ich war ja früher immer im R in Wien und jetzt ist aber das R auch in Salzburg. Die haben mein Zeitstudio aufgemacht. Aber warst du in Salzburg? Ja, ja. Ah, ich dachte, du warst in Wien. Ich habe nur das Logo gesehen. Ich war früher immer in Wien im R und jetzt bin ich in Salzburg mehr, weil mein Tätowierer, der Marcel, ist jetzt nach Salzburg gezogen und deswegen bin ich quasi mit ihm mitgezogen. Verstehe, verstehe, verstehe. Okay, ich dachte, du warst da, aber ich dachte, es gibt nur das Studio. Nein, es schaut vom Interior genau gleich. Ich hätte auch sofort gesagt, das wäre da gewesen, auch wenn ich immer nur vorbeifahre. Ich selber bin nicht tätowiert, deswegen, ja. Okay, alles klar, alles klar. Zum Abschluss. Ich habe mir gedacht, es wäre relativ interessant, einen kurzen Überblick zu geben, wie denn dein Profisportler-Dasein so aussieht. Und meine Vorstellung, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber meine Vorstellung wäre folgende gewesen. Ich hätte mir eins, zwei, drei, vier Kategorien überlegt, nämlich Training als erste, zweite Ernährung bzw. Supplements, dritte Rest, Recovery, Physio und dann vierte so Mental und Religion, Spiritual, so ein bisschen in die Richtung. Ob du uns vielleicht einen kurzen Überblick zu jeder dieser Kategorien geben kannst, wie dein Durchschnittsalltag so aussieht. Ich weiß, sowas gibt es wahrscheinlich relativ selten, aber jetzt nicht unter der Annahme, du piekst jetzt auf irgendeinen Wettbewerb hin und auch nicht, du machst jetzt drei Wochen Urlaub, sondern so ein bisschen dein Durchschnittsleben quasi als Profisportlerin. Vielleicht fangen wir mit dem Thema Training an. Wie oft trainierst du denn überhaupt? Also ich trainiere Montag zweimal, Dienstag einmal, Mittwoch zweimal, Donnerstag einmal, Freitag zweimal und Samstag einmal und Sonntag mache ich Pause. Also es sind 2-1, 2-1, 2-1, Pause gleich? Okay, und wie lange dauert eine Trainingseinheit? Kommt halt drauf an, was ich mache, zum Beispiel Freitagnachmittag ist immer Heavy Friday. Heavy Friday? Dauert immer ein bisschen länger und der dauert dann so, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Stunden. Aber dafür Freitag, Vormittag dauert 45 Minuten, weil das einfach eher so aufwärmend für die Wettkampfsimulation am Nachmittag ist. Für den Heavy Friday? Genau. Okay, und wo trainierst du? In Krems, in der Sporthalle. In der Sporthalle in Krems. Ist das ausgelegt auf Gewichtheben? Nein, also wir haben da ein bisschen größer wie ein kleines Kammerl, aber dort trainieren auch die Handballer, also der URK Krems, Fechten ist glaube ich auch, Judo. Okay. Ist dein Papa da immer dabei? Ja. Also außer, mein Papa ist Lokführer bei der ÖBB. Ja. Wenn er halt arbeiten muss, dann nicht, aber er hat sich das meistens so eingeteilt, dass er bei den wichtigen Trainings, also mit Montag am Nachmittag, gut Freitag am Nachmittag immer dabei ist. Wow, mega cool. Ja. Wow. Trainierst du da als jetzt Athletin alleine oder seit seiner Trainingsgruppe? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin halt immer da und es gibt halt Montag, Mittwoch und Freitag sind auch andere da, ein paar Crossfitter und Mittwoch zum Beispiel trainiere ich immer mit einer Mädchen, einer 13-Jährigen, die Enya, die kommt nur zum Training wegen mir, also sie hat ja Gewichtheben gelernt wegen mir. Mega cool. Und sie will auch nur von mir trainiert werden. Mein Papa ist da auch da, aber sie will nur, dass ich was sage. Und sie hat sich extra die gleichen Schuhe gekauft wie ich. Das ist wirklich so süß. Das heißt, du bist auf jeden Fall ihr Vorbild? Ja, 100%. Mega cool. Mega cool. Und wenn du sagst Training, ist das immer ausgerichtet auf Weightlifting oder trainierst du irgendwie auch Dinge rundherum? Du hast vorher Akrobatik angesprochen, weil es wichtig ist, um quasi seinen eigenen Körper gut zu spüren. Wie ist es mit Behenen oder anderen Dingen? Kommt das auch vor? Also Dienstagnachmittag und Sonntag am Abend mache ich meistens eine Fitness-Session. Pumpen? Ja. Okay. Nur damit wir uns was drunter machen. Ja, also so ein ganz normal Fitness. Ich mache auch EMS. Ah, ja. Weil das ist für mich wichtig für die tiefenliegenden Muskeln, die, was ich halt mit dem normalen Gewicht habe, dringend nicht rankomme. Und so für mich, so dehnen mache ich generell nach jedem Training, weil es einfach, also ich bin nicht so der Mensch, der sich extra vom Training noch hinsetzt, weil das Training ist für mich eh schon mein Job. Das ist eh meine Arbeit. Deswegen hänge ich es lieber, mache ich die Session keine halbe Stunde länger und hänge es dann gleich dran. Ernährung und Supplements, wenn ich mir jetzt sage, wenn ich mir zum Beispiel den Sport des Bodybuildings anschaue, dann muss die Ernährung auf den Punkt genau stimmen. Wie strikt ist das Thema Ernährung bei dir? Bei mir? Ja. Ich esse, was mir Spaß macht. Du esst, du isst? Was mir Spaß macht. Was dir Spaß macht. Aber hast du ein Kalorienziel, auf das du bekommen musst? Oder ist es uns wahrscheinlich beim Spitzensport schon irgendwo... Also jetzt zum Beispiel, ich fliege 19 Tagen zum wichtigen Wettkampf, da bin ich dann schon eher strikt und esse eigentlich hauptsächlich Reis und Hühnerfleisch und Gemüse. Aber jetzt, wenn es der Wettkampf, nach dem Wettkampf, keine Ahnung, esse ich auch fast Frut und Mäcki. Warst du gestern bei Mäcki nachher, ja? Es war fast 1 Uhr nachts und ich hatte Hunger. Ist ja auch vollkommen okay. Ich habe es 15 Uhr gewonnen und hätte es überall liegen können. Ja, also es ist jetzt nicht super strikt, aber vor einem Wettkampf versuche ich schon clean zu essen. Ja. Und das Thema Supplements, supplementierst du in irgendeiner Art und Weise? Genau, ich nehme Supplements, die meisten sind von ISN. Ja. Deswegen ja. Okay, alles klar. Dritte Kategorie, Rest, Recovery, Physio. Ich habe mal in irgendeinem Interview von dir gehört, dass du dreimal die Woche zu Physio gehst. Das war vor, wie meine Verletzung akut war. Ja. Momentan ist es so, dass ich zweimal die Woche massieren gehe, einmal zur Physio nach Wien und einmal Stoßwelle. Okay. Was man schon so tut, wenn man darüber nachdenkt, ich wohne nicht in Wien, ich fahre gefühlt jeden zweiten Tag nach Wien. Ja. Und wie sieht deine Rest sonst aus? Also wenn du jetzt sagst, du hast am Tag nur einmal Training anstatt zweimal, wie recoverst du am besten? Also ich gehe dann wahrscheinlich ins Worldpool, wir haben im Worldpool zu Hause, Infrarot, sowas. Also das mache ich meistens Dienstag, weil Donnerstag, muss ich ehrlich zugeben, gehe ich meistens Nägel und Wimpern machen. Das ist dann mein Rest und Recovery. Ja. Da gab es dann noch eine Frage zu deinen Nägeln, die kommt dann nachher gleich. Unsere vierte Kategorie, du hast in anderen Interviews zum Beispiel im Worldpool-Podcast auch gesagt, stark sein heißt für dich nicht nur viel Gewicht heben zu können, sondern du musst auch im Kopf stark sein. Und wir haben es auch gerade besprochen, wenn du auf der Bühne stehst, dann musst du auch mental wirklich das Zeug dazu haben, dass du da oben performen kannst. Kann man das trainieren? Hast du Mentaltraining, Mentalcoaching oder ist das etwas, was dir einfach leicht fällt? Also ich habe jetzt niemanden dafür und es fällt mir nicht immer, es fällt halt mega leicht, wenn es gut läuft. Aber wie das so mit meinem Rücken war, wie ich so Downs hatte, ist schon schwer, positiv zu denken oder generell dann auf der Bühne zu stehen und zu wissen, hey, du quasi, du musst das jetzt machen. Deswegen, in leichten Situationen ist es mega leicht und in schweren Situationen schaffe ich es auch, aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich vom Grund auf eine sehr selbstsichere und starke Person bin. Ich brauche jetzt niemanden, der was mir da hilft, Gott sei Dank. Also ich hätte schon so wahrscheinlich keine Zeit, dass ich noch irgendwas irgendwo einplan, ohne ein Training zu verschieben. Ja, vielleicht zu der Kategorie passend, das Thema Religion. Man hat bei der EM in Sofia immer wieder gesehen, dass du ein Kreuzzeichen machst, wenn du auf die Bühne gehst. Bist du religiös? Hilfst du der Religion beim Sport? Also ich finde schon, dass ich religiös bin, aber für mich ist eher sowas zwischen mir und Gott. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der, keine Ahnung, das auf Instagram postet oder mit 100 Leuten drüber redet. Für mich ist das wirklich was, das betrifft nur mich. Okay, aber ich begleite dich schon beim Wettkampf, wenn du auf die Bühne gehst, dann machst du das Kreuzzeichen. Okay. Das waren meine vier Kategorien. Was ich schon vorher angesprochen habe, ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, dass ich die Ehre habe, dass du zu mir kommst. Die meisten Fragen haben wir schon besprochen, es ging natürlich viel um die EM. Ich möchte eine Frage ganz besonders hervorheben, nämlich von Monty. Wo machst du dir deine wunderschönen Nägel? Wahrscheinlich will das auch mal so haben. Ich schwöre ich jetzt mal dämmen. Willst du sie nochmal stellen oder soll ich einfach reden? Nein, 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 das lassen wir alles drinnen, das lassen wir alles drinnen. Also, meine Nägel mache ich hier in Wilhelmsburg. Soll ich sie kurz in die Kamera halten? Ja, ich wollte gerade sagen, zeig es mir in die Kamera. Das ist ja echt ein Schmuckstück. Das ist farbig und mit Kreuzen drauf und Steinchen. Also, normalerweise, das ist auch lustig, beim Wettkämpfen habe ich immer roter Nägel. Ja. Also, ich meine, bei wichtigen Wettkämpfen, bei EM und WM und bei solchen. Jetzt, gestern hatte ich keine roten Nägel, aber grundsätzlich bei Wettkämpfen habe ich immer roter Nägel. Das ist sowas wie mein Markenzeichen, so wie mein Hair-Swing. Aber ja, also, ich weiß auch von vielen, dass sie nicht mit langen Nägel heben können. Ja, ich wollte gerade fragen. Aber bei mir ist es so, meine Nageldesignerin, die macht das bei meiner Mama schon ewig. Und sie kämpft ja auch schon, seit ich klein bin und sie weiß auch den Sport, den ich mache. Das heißt, sie macht meine Nägel schon so stark, dass sie nicht abbrechen. Weil es gibt, also es ist schon oft vorgekommen, dass sie zum Beispiel genau hier mit dem echten mit abbrechen. Kann ich dir nachher gerne ein Foto zeigen. Klingt nicht gut. Das ist alles voller Blut und das ist wirklich nicht schön. Aber seit ich bei ihr bin und ich bin jetzt schon fünf, sechs Jahre bei ihr, ist noch nie ein Abbrochen. Das heißt, du kannst mit den Nägeln, auch am Daumen, kannst du Hookrippen, Kamurim. Ja, ich hatte gestern einen Wettkampf. Ich habe es ja nicht runtergegeben. Wow. Ihr könnt es ja vorher dann neu gemacht haben. Okay, wow. Nein. Gut. Also, Monty, aufschreiben, dann kannst du auch umringen. Warum ist dein Coach so phänomenal? Kommt nicht vom Ewald die Frage übrigens. Warum ist dein Coach so phänomenal? Ich weiß, das finde ich auch lustig. Mir war es immer so, wie ich jünger war, so unangenehm, dass mein Papa so schreit. Also ich als ich auf der Bühne höre das nicht. Für mich ist das schon so, ich registriere das nicht. Was ich registrieren würde, wenn er nichts sagt, dann würde ich nämlich denken, er hat einen Herzinfarkt bekommen und, keine Ahnung, irgendwas ist passiert. Aber so zum Beispiel jetzt, vor allem in letzter Zeit, so die Paula liebt meinen Papa als Trainer, der Monty. Und mich pusht das. Und ich mache das so stolz. Ja, mein Trainer ist so gut. Alle wollen von ihm trainiert werden. Ja, mega cool. Ich weiß, dass mein Papa gut ist, was er macht. Und ich weiß, dass er sich ja auskennt. Aber das von anderen auch noch zu hören, das gibt einfach so, das macht einen einfach stolz. Und ich glaube, das macht ihn auch mega stolz. Voll cool. Voll, voll cool. Wie stehst du zu deinem Training im Kindesalter? Anscheinend gibt es auf YouTube Clips, die zeigen, dass du in den jüngeren Jahren eine schlechte Knieposition hattest. Ich hätte sie nicht gefunden. Doch. Vielleicht weißt du was davon. Also ich hatte, das rechte Knie ist früher immer relativ eingeknickt. Okay. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass es, also keine Ahnung, das hat jetzt nichts mit dem Training oder so zu tun gehabt. Das war einfach, ich bin damals noch gewachsen. Und wenn du eine gewisse Technik hast, das ändert in so jungen Alter, das ändert sich halt ständig, weil du auch grösser wirst. Das verändert sich alles. Mittlerweile habe ich es gar nicht mehr. Ich habe auch mit einem Physio daran gearbeitet. Es ging auch nie vom Knie aus, es ging eher von der Hüfte aus. Oh ja? Deswegen, aber es war halt nie, das war verkürzt deswegen. Okay. Aber es war jetzt nie irgendwas Dramatisches oder so. Das heißt, du hattest früher bei der Kniestellung quasi... Ja, in der Hocke ist mein Knie halt immer so rein. Okay, ist reingeknickt. Genau. Und das hast du mittlerweile gar nicht? Ja. Okay. Welche war die größte unerwartete Leistung, wo du dir gedacht hast, bin das wirklich ich? Sowohl positiv als auch negativ, oder? Also positiv. 100% in Bogota 2022, wie ich 106 gerissen habe. Ja. Da war ich so, ich bin von der Bühne runtergegangen und dachte mir so, was ist gerade passiert? Wie habe ich das gerade gerissen? Und ich habe auch urlange braucht, um zu... Also ich schaue mir die Videos heute an und denke mir so, das war nicht ich so. Also das ist wirklich einer der einzigen Wettkämpfe, wo ich so wirklich das Gefühl habe, dass da nicht ich gekommen habe. Und negativ, definitiv irgendwo auch in Tokio, weil es ja wirklich so schlecht war. Aber was mir einfallen würde, wäre, ich habe nämlich nach Tokio zwei Monate später ein U20-EM gehabt. Ja. In Finnland. Und dort habe ich fast ein Doppel-Loch gemacht, also fast im Reißen drei Ungültige und fast im Schlossen drei Ungültige. Wow. Aber das liegt auch... Da muss ich jetzt meinem Papa ein bisschen die Schuld geben, weil ich habe zu ihm gesagt, ich will nicht starten. Weil nach Tokio... Tokio ist so ein Olympisches Spiel, das ist für jeden so ein Highlight, für jeden Sportler. Und danach, ob man es will oder nicht, fällt man einfach in ein Loch. Ja. Man kann es nicht anders beschreiben, du fällst einfach in ein Loch. Und mein Papa gesagt, ich muss starten. Und ich so, okay, ich starte. Und dieses, okay, ich starte, hat man dann bei meinem Wettkampf auch gesehen. Da war keine Freude dahinter. Das war einfach nur, okay, ich war dort. Es ist eh fast in die Hose gegangen. Wir haben irgendwo noch die Kurve bekommen, aber es war einfach nur peinlich. Ja, danke. Habe ich noch etwas genau. Wird der AKH Fösendorf heute Bundesliga gewinnen? Ja. Ja. Strengt es euch alle an. Ah, wo steht es ja aktuell in der Bundesliga? Das war jetzt der erste Weltkampf. Aber was ist der erste Weltkampf? Okay. Das geht nicht raus, weil das immer wieder weniger. Wir haben 1800 irgendwas Punkte gemacht. Und so als Referenzfolge, das Jahr hat keine einzige Mannschaft 1800 Punkte gemacht. Hört sich gut an. Sollte hoffentlich so bleiben. Ihr habt doch 5 zu 0 gewonnen. Ja. Perfekt. Sarah, ich habe für meine Gäste immer einen kurzen Crossfit-Steckbrief. Für meine Weightlifting-Spezialisten habe ich den immer abgeändert auf einen Weightlifting-Steckbrief. Würde ich gerne ganz kurz mit dir durchgehen. Dauert ganz, ganz kurz. Ich würde die Fragen stellen. Meistens AB-Fragen. Nicht viel nachdenken. Einfach, was dir als erstes einfällt. Was so dir mehr liegt, dem mir Spaß macht. Snatch oder Clean & Jerk? Clean & Jerk. Was ist dein wichtigster Weightlifting-Ausrüstungsgegenstand? Wie bei Nosen. Bei dem Lied oder bei der Musik beformte ich um 10% besser. Ja, auf Kamorra. Reebok Legacies oder Nike Romadeus? Nike. Elyko oder Rogue? Elyko. Team oder Indie? Indie. Was ist dein 1RM-Back-Squad? 200. 200 Grad aus? Ja. Ah, cool. Nie wieder Chalk oder nie wieder Tab? Nie wieder Chalk. Nie wieder Chalk? Ja. Okay. Perfekt. Das ist am schnellsten geantwortet. Voll gut. Du bist doch einer der ganz, ganz wenigen, die wirklich weiß, was im 1RM-Back-Squad ist. Wahrscheinlich beim Gewicht hin weiß man so ein bisschen mehr. Nein, gut. Crossfit haben keine Ahnung, was im 1RM-Back-Squad ist. Ja, aber ich meine 200, wenn man sich das nicht merkt. Ja, true. Auch wahr. Auch wahr. Auch wahr. Liebe Sarah, ich habe heute so, so, so viel gelernt. Es war so cool, mit dir zu sprechen. Ich nehme mir immer vor, dass diese Folgen eine Stunde lang werden. Wir sind schon wieder weit drüber. Aber einfach, weil es so viele coole Dinge gibt, die ich es mit dir zu besprechen gab. Riesen Danke, dass du dir die Zeit heute für mich genommen hast. Gib uns nochmal einen ganz kurzen Überblick, was sind die nächsten Events, wo wir dich sehen können. Ich habe mir gemerkt, Thailand, fliegst du am 10. Genau. Dann, wenn ich zurückkomme, habe ich am 4. Mai Bundesliga in Linz. Das ist wahrscheinlich der interessanteste Bundesliga-Wettkampf dieses Jahr. Okay. Linz ist das, welcher ist das? Föst? Ja, Föst. Dann am 1. Juni-Wochenende ist Staatsmeisterschaft in Rom. Dann, fingers crossed, Olympische Spiele. Olympische Spiele Paris. Und im Herbst wahrscheinlich, also ziemlich sicher Bundesliga-Finale. Dann das Damen-Bundesliga-Finale wahrscheinlich und die WM. Und die WM in Bacheinland als krönender Abschluss dieses Jahres. Liebe Sarah, wir drücken dir für alle diese Bewerber ganz, ganz fest die Daumen. Nochmal mega cool und ein Riesendanke, dass du da warst und dir die Zeit heute für mich genommen hast. Dankeschön. Und an der Stelle auch wieder ein Riesendanke an alle, die heute zugeschaut haben, an alle, die heute zugehört haben. Solltet ihr auf YouTube dabei sein, Like und Subscribe nicht vergessen. Wenn ihr mir auf Spotify zuhört, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Und an der Stelle auch wieder ein Danke an die Sohn, an den Fabian und an den Max, dass wir heute hier recorden dürfen. Das war's von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch ein wunder, wunderschönes Wochenende. Danke Sarah. Kann das gut so genau bleiben? Dix? Pau' auch. Pau' auch.